einen wunderschönen mittwoch abend und herzlich willkommen zum heutigen stream schön dass schon einige leute da sind und ja wir machen heute weiter mit mehr sekiro wir sind ja immer noch am zweiten playthrough dran und ja kommen langsam so ins endgame würde ich sagen einige sachen haben wir schon erledigt das letzte mal vor allem dann auch ein secret boss von dem ich noch keine ahnung hatte und der richtig cool war der hat mir sehr sehr gefallen das ist generell der komplette der komplette uwo kampf war mega mega cool und wie gesagt das hat mir auf jeden fall super super gefallen haben wir zum glück auch recht zügig hinbekommen würde ich sagen das letzte mal und ja dann können wir uns heute tatsächlich auf den weg ins reich der götter machen und dort jede menge gruselige sachen erleben das ist ich weiß da noch einige sachen die auf uns zukommen die es sehr unangenehm werden aber ich freue mich trotzdem drauf und ja mal sehen wie wir noch so durchkommen werden wir können jetzt auch das letzte mal haben wir es ja auch schon ein bisschen gemacht die die kopflosen anzugehen das können wir jetzt auf jeden fall auch machen wir haben auf jeden fall gut schaden dafür und auch gut leben das sollte dann eigentlich auch gut funktionieren deswegen schauen wir mal vielleicht machen wir so den nächsten boss und dann kümmern wir uns ein paar paar neben monster hat um ein paar neben neben bosse dass das sollte dann eigentlich auch ganz gut funktionieren so ich hoffe natürlich ihr hattet soweit heute einen schönen mittwoch und ich hoffe ihr seid generell bisher gut durch die woche durchgekommen und ja könnt euch jetzt ein bisschen auf sich freuen ich tue es nämlich sehr und ja wie gesagt mal sehen wie wir vorankommen wenn wir gut sind können wir würde ich fast sagen bis kurz vor das ende kommen vielleicht nicht vielleicht nicht durch das denke ich mal nicht aber schon relativ nah ans ende es ist es ist nicht mehr so viel wenn wir uns wie gesagt nicht komplett doof anstellen deswegen schauen wir mal wie es läuft schauen wir mal so jetzt erst mal guten namen drea guten namen schakal guten namen kenneth guten namen gastritis guten namen garuga guten abend bomba guten namen xamrok guten abend dann auch in alle anderen die gerade nur zuschauen und nicht im chat sind und ja schön dass alle dabei seid willkommen willkommen hallöchen an euch so habe heute den wächteraffen besiegt oh nice vielleicht weil ich mit acht kürbisflaschen und vier gebetsketten ihn bekämpft hatte zumindest ist er dead und der rückkampf im dritten versuch geschafft oh nice hinkampf gegen gegen erste erste phase zweite phase war schwierig äh da ich sein musste nicht wirklich gesehen habe ja habe beim hinkampf gefühlt keine heilung am hände gehabt der frisst trotzdem gute heilung er frisst wahnsinnig gute heilung aber großen respekt auf jeden fall nicht schlecht das ist wächteraffe finde ich einer der fiesesten boss kämpfer auf jeden fall einer mit dem ich auch am wenigsten klarkomme ähm und dann gerade auch der rückkampf ähm dass du den dann auch so so fix geschafft hast nicht schlecht nicht schlecht und es ist keine ausstattung die komplett overpowered ist gegen ihn ähm also von dem her großen respekt sehr sehr starke sache auf jeden fall hört sich hört sich mächtig an dann kannst du dich ja jetzt auf die auf die nächsten abenteuer vorbereiten aber wie gesagt super super cool ja und alien shirt das stromo immer ein schönes schwert mhm der karpfen unter wasser ist gruselig ja das ist der der wird nochmal der wird nochmal richtig creepy hoffen wir dass wir nicht genommen werden ist schon schlimm ne sekiro ist einfach ein einziger zoo den du bekämpfst zuerst die affen dann jetzt ich meine im übertragenen sinne der uhu na dann äh dann bekommst du es mit karpfen zu tun das ist furchtbar sehr sehr schlimm äh dragon wunderbare neuigkeiten ich habe endlich die perfekte dungeon waffe in destiny bekommen hey nice glückwunsch bomba scheinen eine gute woche zu sein ne jeder kommt irgendwie gut voran glückwunsch dazu was war es jetzt der 58. versuch oh gott aber wie gesagt glückwunsch dazu sehr sehr cool nice 58 okay ach krass gott das ist so heftig das ist sehr sehr mies aber glückwunsch dass du sie endlich hast jetzt ist die sache vorbei äh schön ich hätte nicht gekannt dass es alien ist es ist auch sehr ähm ja sehr sehr klein theoretisch der hinweg also wenn du halt mit nostromo nichts anfangen kannst ne dann weißt du nicht dass es von alien kommt das ist die sache da musst du halt schon die die namen dann doch intensiver wissen kommt wahrscheinlich aber auch drauf an wie häufig man den film gesehen hat und wie tief man drin war ich denke das ist die sache nicht wundern wenn bomber ähm ab sofort in den stream kommt und will dass ich zugucke bei ihm ja so ist das hast du ihn seelisch unterstützt hat glück gebracht ah sehr cool es ist eins der schiffe ja genau genau die nostromo ist das schiff wo ähm äh wo der ursprüngliche alien film äh spielt äh also die die sind ja auf diesem großen frachtschiff äh und dann bekommen sie ja ein notsignal und äh packen ja dann theoretisches alien mit an board und das ist das äh das raumschiff die nostromo genau genau ähm hab selbst nostromo shirt und mag die firme ja die firme sind mega aber genau das ist äh das ist so gesehen das ist das schiff im ersten teil wir sind zum wald von äh von nibu gelaufen äh nibu ich dachte mir gerade nibu ist irgendwie falsch obwohl ich zum Affen laufen wollte hab ich nur ein bisschen beim Weg geirrt aber der Reis heilt echt gut der Reis ist mega ja das ist ich vergesse immer wieder wie gesagt den Reis nachzutanken das hätte so geholfen bei den bei den anderen Bossen Reis ist mega gut auf jeden Fall starke Heilung darf man nicht vergessen so bevor wir mehr mehr Reis Talk haben gehen wir mal ins Spiel rein und gucken mal wie das äh wie das alles weiter geht schauen wir mal werden wegen dem Notsignal alle geweckt au so war das ja die waren in Dings die waren im im Hyperschlaf richtig richtig das hätte ich jetzt gerade nicht mehr zusammengebracht ob die einfach bloß so unterwegs waren oder ob ob die im Hyperschlaf waren aber ergibt ja Sinn ne äh definitiv so ist das im zweiten Teil wusste ich noch dass sie dann theoretisch alle aufwachen aber da nicht mehr ist schon ein paar Tage her dass ich das letzte Mal Alien gesehen habe aber immer wieder gut absolut ich kenne die Filme auch gut hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal mehr gesehen als ich welchen spannenden Stream den ich da hatte ich glaube eine Stunde oder so war ich nur im Orbit und habe auf der der Bungee Seite nach einem Team gesucht wow das heißt eine Stunde lang passiert nichts es läuft nette Destiny Musik im Hintergrund und ich beschwere mich dass ich keine Teams finde das ist der Destiny Content für den ich für den ich da bin die die absolut pure Destiny Erfahrung sehr gut es ist schon ein bisschen ein bisschen traurig aber irgendwie auch sehr witzig und dann habe ich angefangen meine doofen Emotes zu zeigen ich meine irgendwas muss man dann währenddessen machen so wir sind hier immer noch in der in der flammenden Hölle da können wir mal rausgehen die Erinnerung haben wir die Erinnerung haben wir uns schon gestellt ja da ist er kommt auch direkt danach ja ist interessant ist sehr interessant vom Spiel her man kann vom Spiel ja theoretisch so ein bisschen sehen wann wer gewollt ist zum Beispiel oder wie sie die Reihenfolge gewählt haben da muss man sagen also ich Wandschirmaffen zuerst und dann Löwenaffe und dann kopflose Affe finde ich immer noch unangenehm ich würde echt sagen zuerst die Nonne dann kopflose Affe ist viel angenehmer aber gut ach ja oder mir fehlt jemand dazwischen aber wer fehlt ja stimmt zwischen zwischen großen Shinobi Shinobi Uhu und Uhu Vater könnte jemand fehlen aber die beiden haben sie auch direkt hintereinander gepackt also von dem her ist ähm macht ihn weg Entschuldigung Entschuldigung ich hatte vergessen äh so dann werden wir hier eigentlich oh wir können äh ja wir können mal zu dem Dings hingehen nein rein zoom ja zoom ran die Bilder sind eigentlich ganz cool ähm wir können mal zu dem zu dem Fischhändler gehen wir haben ja doch jetzt ein paar Schatzkarpfen außerdem weiß ich gar nicht ob es hier noch mehr Schatzkarpfen gibt ich glaube aber nicht war das Wasser hier größtenteils nützlos ich glaube schon also auch unter Wasser ich tauch mal unter Wasser damit die die Typen mich nicht finden und dann gucken wir mal ich glaube aber schon fies so gemein sind sie hier und hatten viele Emots und Tänze gezeigt in der Zeit äh immerhin oh Schatzkarpfenschuppe praktisch Mibo hieß das Dorf dachte Mibo aber dann bin ich äh zu sehr von Lamulana ausgegangen wegen ähm wegen Nibiru ja wahrscheinlich aber man kommt auch schnell durcheinander na aber du kannst es dir merken es ist wie die wie die Ballons das sind ja alles diese Mibo Ballons und die kommen ja dann von dort her deswegen passt das dann was ist die beste Option für die Fische einfach in ihrem Spawn Camp ne ja nicht so auf jeden Fall ist doch nur ein kopfloser Affe du tauchst unter Wasser hattest du das noch nicht gesehen ja es gibt äh es gibt hier unter Wasser Zeug relativ viele Sachen sogar ich mag die kopflosen Desti mehr die haben wenigstens noch Köpfe aber warum heißen sie dann kopflose das ist jetzt die Frage abhängig je nachdem anschleichen oder oder anstürmen okay weiß nicht natürlich wenn ihr welche habt werde ich euch fürstlich belohnen das hört sich sehr gut an äh du hast jetzt tatsächlich gar nicht mal so viel mein Freund ne ich glaube wir müssen ein bisschen was kaufen damit äh damit er weiter wandert man kann ihn noch später nee wie ist das findest du ihn nochmal in der ah keine Ahnung ich weiß dass er nochmal später einen Shop hat aber ich weiß es nicht mehr äh fließender Übergang Text Kompendium für die Kampfkunst des fließenden Übergangs sie wird mit Erwerb dieses Text freigeschalten fließender Übergang verbindet Angriffe in einer tänzerischen Bewegung und überwältigt Feine mit eleganter Aggression obwohl es eine Aschina-Technik ist befand man sie wegen ihrer fremden Herkunft ähm herätisch was bedeutet das ach das ist ein anderer Topf ah ich dachte das wäre das wäre derselbe bloß anders so ist das man hat den Schmetterling ja in der Vergangenheit bekämpft lebt sie also noch in der Zukunft oder was ist mit ihr passiert äh das ist tatsächlich eine gute Frage ähm du hast sie in der Erinnerung bekämpft äh ich weiß nicht genau wie das dann tatsächlich läuft ich schätze mal sie lebt noch oder wenn ich das so äh wenn ich das so richtig interpretiere weil auch wenn du hier ja tierisch den Uhu tötest lebt er ja in der Zukunft noch sind ja alles nur Erinnerungen also ich glaube man weiß nicht was mit dem Schmetterling passiert ist ich glaube Schmetterling ist dead okay ach so die Schmetterlingssache ist tatsächlich passiert ha schätze ich mal also auch wenn das eine Erinnerung ist ist es tatsächlich so gewesen dass der Wolf den Schmetterling getötet hat weil das ja seine erste Regeneration war ne oder wo er das Drachenblut bekommen hat schätze ich mal also ist das tatsächlich passiert genau okay er ist ein bisschen verwirrend was tatsächlich passiert ist und was nur in der Erinnerung stattfindet aber ja genau genau okay dann ist der Schmetterling tatsächlich in der Vergangenheit gestorben aber der Uhu war nur eine reine Erinnerung ist definitiv kompliziert Zeitreisen aber selbst ein NPC in Destiny sagt wenn so einer spawnt da ist schon wieder eine von diesen Kopflosen mit den unpassenden Namen machen sich halt selber drüber lustig das finde ich gut gut ich meine wir kaufen einen fließenden Übergang Text hab keine Ahnung was das genau ist aber klingt gut die wollen jeweils das mit anderen Kills ah so war das ich wusste bloß dass es noch zwei von denen gibt aber nicht mehr wie genau das war hört zu ich möchte ein Tafen werden ein riesiger Tafen der immer weiter wächst und ein langes langes Leben lebt ein Tafen der niemals alt hat das ist sehr schön für dich gepriesen sei eure Freundlichkeit bitte bringt mir was hab ich mir jetzt gekauft ach sind das jetzt sind das jetzt Skills die ich habe aber ich glaube nicht oder Technik fließende Übergang ach das ist eine Kampftechnik weil es halt nicht nochmal ich dachte es wird dann halt eben angezeigt so ey hier Kampftechnik ich war mega verwirrt wie Ichi genau genau okay okay das ist das habe ich gerade eben nicht ganz nicht ganz verstanden ja fließende Übergang hier was das jetzt genau brachte die erschienene Technik gilt als heretisch weil sie von einer Außenseiterin gelehrt wurde die Meisterin dieser Technik durchquerte den fließenden Übergang und begab sich hinab nach Erschina ihr Name war Tomoe fließende Übergang LB RB RB okay führe in einem Tanz fünf aufeinander folgende Angriffe aus klingt cool hatten wir den ich bin mir ziemlich sicher dass wir den hatten ich weiß bloß nicht mehr man sollte vielleicht den richtigen Move auswählen oh ja das ist cool ich denke damit kannst du auch ordentlich Schaden machen wenn du mal kurz fünf Sekunden Zeit hast dann kannst du da glaube ich schon ordentlich reinhauen coole Fähigkeit absolut was auf jeden Fall schon mal wert oh ja wir können die wie viele Tränen haben wir wir haben die Leute gerade mit Drachenfäule befallen ja von mir aus ich hoffe einfach mal dass die nächsten Bosse nicht so schlimm werden sehr schön also bist du auch wieder happy aber neue Sachen hast du trotzdem nicht du hast nochmal einen Tropfen Drachenblut also von dem her auch nicht ganz so so ich habe Dinge gefunden hier ist das noch beide da kann ich nochmal belauschen oder ist das dann immer noch dasselbe aha und wir haben es geschafft also den Zweig zu holen hallo ich habe nichts gehört nein nein hey ich habe sie eine blume des immer blühenden baumes ja sie ist unverkennbar lasst mich bitte euer gesicht sehen irgendetwas ist passiert das erlaubt Kurosama die reinigung ich tue nur was nötig ist ich verstehe ich wünsche euch viel Glück für die Kämpfe die noch vor euch liegen danke schön ich habe noch keine Kürmisse haben ja ich bete für euch lebt wohl ja gut um viel Stand Schaden zu machen indem sie im Block Kombo festsetzt ah okay auch interessant ja es ist immer es ist immer eine gute Frage welcher Angriff ist jetzt besser um mehr Schaden in der Haltung zu machen oder halt mehr 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 Lebens Schaden Schaden Dann gebe jetzt alle Zutaten in das Räuchergefäß wie ihr wünscht ich kann nicht noch mal belauschen oder so ne ups sorry meine Schuld sorry Kuro am Kampf im Oberschenkel ich denke jetzt werden wir das wahrscheinlich aber bloß zu Ende machen ne diese Vase jedes Mal aha er ist so stark ich wünschte ich wäre hm ja es ist halt schwierig für ihn theoretisch jedes Mal immer gerettet zu werden vor allem jetzt auch noch vor dem Uhu nagt natürlich schon an ihm so erstmal wieder alles aufmachen ist eigentlich kompletter Blödsinn hier alles aufzumachen weil sobald ich aus dem göttlichen Reich zurückkehre ist hier wieder eh alles zu weil ich hier nicht rein darf na wir haben wir das Urquellräucherwerk hergegeben jetzt alle zu wie ihr wünscht ne andersrum ich komme dann wieder hier rein oh ja richtig und dann muss ich raus stimmt da war was ja man startet hier bei dem Drachenkampf ah du musst dich dann rauskämpfen ja wir müssen ja dann zum Feld stimmt das ist richtig richtig da ist es dann andersrum stimmt schon ich hatte es irgendwie wieder andersrum im Kopf aber es ist schon wahr ja richtig richtig es gibt jetzt gerade eben nichts mehr zu ich hab ich hab irgendwas im Kopf dass man irgendwas oder war das später dass man irgendwas noch machen kann gab's da nicht irgendwas mit nem mit nem Reißbällchen oder sowas dass man mit ihm teilen kann kann man das jetzt machen oder ist das ja später weil theoretisch treffen wir ihn dann ja nicht mehr wieder oder wenn wir jetzt ins Reich der Götter gehen wie ist das geht nicht mehr zu tun ja spiel durch genau ach die Reißsache ist für ein anderes ein Ding ah ok gut dann passt das dann machen wir so Kurosama Wolf die sterbliche Klinge hab keine Angst ich werde nicht tief schneiden würdest du die sterbliche Klinge aus ihrer Scheide ziehen ja Kurosama verzeih mir aber schließ deine Augen ja Kurosama jetzt ist es vorbei Wolf was macht die Wunde es geht mir gut ich habe mir nur leicht in die Brust geschnitten das ist also das Urquellräucherwerk es ist so voller Sehnsucht ich verstehe und hält dir eine Veränderung auf? der Duft und der Palast der Urquelle diese Worte haben sich in meinen Verstand gebrannt der Palast der Urquelle es ist wie Kurosama schrieb dieser Ort muss zum Reich der Götter führen aber wie ist der Palast der Urquelle zu erreichen? ein süß duftendes Brautgeschenk das stand auf dem Altar wo der duftende Stein lag ja du trägst jetzt den Duft des Urquellräucherwerks ich glaube wenn du zum Schrein in der Höhle gehst wird sich der Weg zum Palast der Urquelle vor dir öffnen die Unsterblichkeit wird bald durchtrennt werden ich verlasse mich auf dich Wolf wie ihr wünscht kriegen wir hin easy Wolf du musst Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter herbringen ja erst musst du in die Tiefen der Höhle hinabsteigen wo du den duftenden Stein gefunden hast du trägst jetzt den Duft des Urquellräucherwerks ich glaube wenn du den Schrein in der Höhle betrittst wird sich der Weg zum Palast der Urquelle vor dir öffnen wie ihr wünscht ja es ist nicht so schwierig in die Höhle hinabzusteigen wo ich eh schon drin war kriege ich hin ein Dragon muss weinen ja ich muss einen anderen Drachen zum Weinen bringen reisen so wo ist das gute Ding versunkenes nee Tiefen von der China achso ja ich erinnere mich den machen wir später ich hab keinen Bock auf den den äh äh schießen wie heißt der schiei ach keine Ahnung diese komischen Krieger Guru lass mich meine Brust aufschneiden anstatt einfach einen kleinen Schnitt in der Hand ja ich verstehe auch nicht ganz warum er vor allem wie hat er das gescheit gemacht um dann das Blut eben rüber zu bringen keine Ahnung das verstehe ich auch nicht ganz es wäre so leicht gewesen guck mal Schlachtwitze sollten reichen da muss jeder weinen weil er sie natürlich so witzig findet deswegen Sänfte wartet bereits okay dann beten wir mal wir beten dass die kommenden Sachen gut funktionieren werden jetzt erstmal eine schöne Cutscene ich bin ja gerade um überlegen gibt es noch Prayer Beats die du machen musst bevor Ashina brennt oh äh kann man da Sachen verpassen ich wollte eh Ashina brennt erst sobald er plauf Ashina brennt erst wenn wir die Tränen haben ich wollte eh nach dem nächsten Boss äh ein paar paar Sachen erledigen also gerade kopflose erledigen und so ziemlich sicher ja es ist schon mies hi Strohmännchen naja Männchen aber dann gehen wir gehen wir die an ist dann auch besser so das jetzt zu machen jetzt hänge ich mich wieder an einen Boss oh oh das Ding war vor Elven Ring das größte Objekt in jedem FromSoft Spiel okay ja kann ich kann ich verstehen ich meine das Ding ist halt echt gigantisch Doppelaffen geben zwei davon die habe ich schon erledigt ich lebe aber krass wie gesagt ergibt Sinn auf jeden Fall ist schon heftig sogar größer als die Schlangen ja okay das ist schon krass ja wow das wäre jetzt so die nächste Sache man kann es hier so schwer einschätzen das ist die bei den Schlangen kann man ungefähr so ein bisschen sehen wie groß sie sind aber hier kann man es oder die Schlange aber hier ist es sehr viel schwieriger genau und in Elven Ring ist es dann jetzt der der Drache schätze ich mal oder was ist es genau in Elven Ring dann Küllchen schon mal nicht gut wenn du spielst ja schon aktiv ja okay nicht dass ich jetzt Drache Drache der Hauptstadt genau genau ja der ist halt auch gigantisch ne ja es ist er bedeckt halt die die halbe Stadt das ist schon es gibt schon ein paar paar große Drachen theoretisch auch in Elven Ring ne denn Hauptstadt ist glaube ich echt der größte okay der ist doch niedlich klein ja der süße also das ist sehr krass ähm Langfunke nontime jup ich bin gerade am überlegen was ich wie dabei haben will äh wir können Archons hier reinpacken die hätte ich ganz gerne genau deswegen will ich eigentlich auch den Kopflosen mal irgendwann erledigen fließender Übergang ist eine gute Frage was wir hier nehmen wollen machst du den Phase 2 Skip äh ist eine gute Frage du musst dich dafür in die Bäume stellen ne könnte man theoretisch wir müssen ja nicht alles nach nach Plan machen ist das der Baum da oben rechts ne der da oder der mittlere Baum ich hab's halt nie gemacht ich könnte es probieren ansonsten kann der Langfunke helfen ich denke mal großes Problem hatte ich sowieso immer einfach nur in der Phase 3 ansonsten Level wir haben zwei Level aber es reicht halt nicht ne warum vibriert die Tür da zu hinten ich mein der Phase 2 Skip ist eigentlich auch auch ein Plan ist ja extra so programmiert ja das ist schon richtig ne das ist äh viele Sachen äh viele Sachen sind ja tatsächlich offiziell so vom Spiel gewollt das ist ja kein kein Cheese per se äh ja das funktioniert schon mal sehr gut ja ja nur Progress geht verloren genau genau deshalb bloß wäre oh ja der Schlag nach oben wenn ich dann aufhören könnte mich treffen zu lassen und das vielleicht auch besser funktionieren nein das war der Mikiri das wäre echt schön gewesen den Mikiri dann auch mitzunehmen und das ist sogar ein Mehrfachwirbel okay ich erinnere mich wieder an einige Sachen aber in manche auch nicht schön dass sie kurz gewartet hat oh dass das nicht getroffen hat yes yes Ist das der richtige Baum? Ich war zu spät. Das war, glaube ich, nicht der richtige Baum. Au! Das ist zur Hölle. Dieser leichte Tritt hier oder schon, der ist ein bisschen fies. Macht doch nur Haltungsschaden. Du merkst einfach, dass wir zwei Schaden mehr haben als das letzte Mal. Du merkst es. Du merkst es ganz deutlich, dass wir einfach zwei Schadenspunkte mehr haben als beim ersten Kampf gegen sie. Wir machen so viel Haltungsschaden. Das ist unfassbar. Ich mag sie in der dritten Phase nicht, weil sie so wild wird. Du bist ja auch kein Archons genommen. Du merkst es. Du merkst es. Du merkst es. Du merkst es. Ich wollte eigentlich ein Kügelchen nehmen. Das ist okay. Du merkst es, wenn wir nicht. Du merkst es. Du merkst es. Du merkst es. Du merkst es. Ich verstehe. Du merkst es. Und du merkst es. nein das war der verdammt den habe ich nicht kommen sehen ich bin ganz ehrlich der kam überraschend bin ich ganz ehrlich meine güte ich brauche reis ganz dringend reis sie hat aber auch eine massive haltungsregeneration jetzt in der dritten phase das ist so mehr der hauptkampf sie kann doch den mikiri ok gut dass der nicht getroffen hat nein das war gefährlich ich erinnere mich wieder sie 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 Das war's für heute. Ich hab kein Gras mehr. Das war's für heute. 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 Das war kein guter Kampf am Anfang. Und das hat mir natürlich am Ende das Leben so viel schwerer gemacht. Das war's für heute. 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 weniger Panik vor den Würmern. Das ist halt eben auch das. Ich weiß jetzt wieder, wie das besser funktioniert. Schön überkommen. Dieser Überkopf. Dieser Überkopf. Jetzt mit mehr Trinken kann ich halt auch ganz anders spielen. Easy. Wie gesagt, da brauchst du nicht irgendwelche anderen Sachen oder so. Es reicht einfach bekämpfen. GG! Nice. Geh verrecken, du dummes Teil. Yes! Erinnerung, wahre Nonne. Sehr, sehr schön. Übersichtstafel des Drachen. Der Besitz erhöht die Anzahl der Waren, die bei jedem Händler im Laden gekauft werden können. Oh, eine solche Übersichtstafel wird von den Händlern hoch geschätzt. Ein alter Brauch schreibt vor, dass man durch den Drachenrang im Palast als höchstgestellter Händler anerkannt und bevorzugt behandelt wird. Oh, praktisch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Interessant. Guten Abend, Saru. Willkommen zum Team. Schön, dass du dabei bist. Da kommt ein 1.000-Füßler-Wurm aus ihrem Kopf. Ja, so ist es. So ist es. Das ist die gute Sache der Unsterblichkeit. Kein angenehmes Ding. Nice. Dritter Versuch. Ist okay. Definitiv. Jetzt bin ich richtig da. Okay. Haben wir gerade noch Suppe genehmigt. Uh, nice. Dann Hallöchen noch mal, Marcel. Ich hoffe, sie hat geschmeckt. Sehr, sehr schön. So. Angriffskraft verbessern. Stellen uns gleich mal der Nonne. Aus dem Hals, wenn ich mich richtig erinnere. Ach so, ja. Ich meine schon. Ihr Kopf hängt ja dann Theodor so ein bisschen zur Seite. Und stattdessen kommt der 1.000-Füße heraus. Ist ein bisschen weird. Die ... what? Hä? Wie? Okay, das ist weird. Die fast kopflose Nonne, richtig. Spannende Sache, Spiel. Dass ich einen Boss dann theoretisch besiegen soll, nachdem ich den anderen erst besiegen kann? Das verstehe ich nicht ganz, warum die Reihenfolge so ist. Aber okay. Spannend. So, ich wollte mir ja den Mikiri-Konter definitiv. Mikiri-Konter ist so angenehm. Will ich mir definitiv kaufen. Sehr, sehr coole Fähigkeit. Okay. Wir haben das Drachenreich. Das Reich der Götter vor uns. Nicht Drachenreich. Passt beides. Das haben wir vor uns. Ich würde es aber tatsächlich ein paar kopflose erledigen. Vor allem, wie du es auch richtig gesagt hast, Xamog, bevor die eventuell weg sind, wäre das natürlich super ärgerlich. Genau, Schreien der großen Schlange ist, glaube ich, auch nochmal ein Gegner, wenn ich das richtig weiß. Bei der erschienenen Talsperre bin ich mir nicht sicher, aber ich meine nicht. Wir können vom alten... Nee, Quatsch. Ja gut, andere Richtung vom alten Grab. Da können wir auch nochmal entlang gehen. Sehr schön. Wunderbar. Das mit der Nonne lief jetzt ganz gut. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Nonne, muss ich sagen. Ich war mir nicht sicher, wie gut das funktionieren wird. Das hätte nämlich sehr schief gehen können. Das hätte ultra gruselig enden können. Au, ich konnte nicht mit Kiri kontern. Jetzt. Hier gibt ihm auf jeden Fall schon mal dreiviertel Leben Schaden. Das ist schön. Also Haltungsschaden. Gefällt mir. So. Au. Ja, richtig. Ich erinnere mich an... Schade, ich kann ihn leider nicht von hinten erledigen. Macht ihn fertig. Warum denn auf mich? Wie mies. Gott, das ist ein Chaos. What? Was hast du denn jetzt für Probleme? Au. Lass das mal. Ich wollte euch hier nur helfen. Wer gewinnt hier eigentlich gerade eben? Ich habe keine Ahnung. Nein, zu früh. Oh, nice. Guter Move. Ah. Nein. What? Was? Sekiro ist definitiv kein Spiel für Free-for-Alls. Definitiv nicht. Uff. So. Was willst du jetzt eigentlich? Okay. Jetzt haben wir hier mal aufgeräumt. Adamantiz-Schrott. Jo. Okay. Holy. Sehr, sehr schön. Das nehme ich sehr gerne. So. Sind hier immer noch die Affen? Ich weiß es gar nicht. Gerade eben das alte Tabaluga-Intro gesehen. Das von Peter Maffay. Nostalgie hat mich schon richtig hart gehittet. Okay. Immer schön, ein bisschen in seine Kindheit zurückzukehren. Immer eine schöne Sache. So ein bisschen Nostalgie-Flash ist immer was Schönes. Jetzt sind hier auch tote Affen. Ah, ich habe bloß noch vier Tränke. Guten Tag. Das sind Wuffels. Nicht das, womit ich gerechnet habe, muss ich sagen. Ist okay. Oh Gott. Mehr Wuffels. Au. So. Das lief nicht so gut. Ja, ich wusste es. Hier sagt es. Der der Himmel ist in Erschweinung getreten. Das kommt mir sehr entgegen. Ich werde Masanari rechnen. Wer ist Masanari? Masanaga. Ist das der Typ von oben bei dem Uhu? Ich würde hier ungerne kämpfen, muss ich sagen. Können wir da vielleicht wieder nach oben gehen? Das wäre super praktisch. Oh Gott, dieser Typ. Ich sehe nichts. Wie bin ich? What? Wait. Ach, man kann hier rein und raus hüpfen. Das wusste ich nicht. Das ist praktisch. Können wir hier vielleicht kämpfen? Ich mag dieses Gebäude nicht wirklich. Dragon for me, it was Tuesday. Ich bin mir nicht sicher, ob das langfristig gut geht hier. Nee. Kennst du die Serie auch noch aus Zufall? Ich meine, ich habe ein bisschen was davon gesehen. Aber ich bin mir nicht mehr so... Ich denke schon, ja. Huh. Ich bin ein bisschen, ja. Oh! Oh! Irgendwie läuft das hier gerade nicht so gut für mich! Weißt du was? Vergiss es! Ich bin hier fertig! Ich werde vergiftet werden! Das ist sehr ärgerlich! Wuh! Er hat den Highground! Ja! Ja! Ich hätte ein Gegengift nehmen können, das war's! Na gut, passt! Egal! Das kostet ja nichts! So, und diesmal gehen wir einfach bloß an den Leuten vorbei! And dead! Ja! Aber wenigstens kein schlimmer Dead! So! Tragisch! Aber ja, der Typ war unangenehm! Ich erinnere mich da dran! So, jetzt gehen wir einfach bloß ganz easy durch! Lassen die ganzen Typen einfach hinter uns! Guten Tag! und kümmern uns einfach bloß und kümmern uns einfach bloß um den! Das wird die Sache nämlich sehr viel angenehmer machen! Wenn ich tatsächlich mal Tränke habe! Zudem zudem müssen wir uns nicht so doof gegen die Wurfels anstellen! Ich mag grad sagen, von dort kommt dann auch nochmal ein Busse! Ich kann sagen, wenn ihr aufhören könntet, immer weiter nach hinten zu laufen! Okay! Hallo! Na gut! Na also! Vielleicht zehntausend Mal besser! Zudem Zudem Warum nicht gleich so, frage ich mich! Geben wir jetzt Perle! Der ist, glaube ich, wichtig! Ich glaube, der ist nicht mehr da, wenn du wenn du den Drachen hast! Aber ich weiß es nicht! Oh! Tropfen Drachenblut! Nehme ich gerne! Sehr schön! Tschü tü! Wunderbar! Da ist ja soweit nichts mehr! Können wir uns jetzt der nächsten ekligen Sache stellen? Oh weh! Es gibt positive Seiten an dem Genjin Update und schlechte Seiten! Die gute ist, man hat eine Menge zu spielen! Die schlechte ist, man muss genauso viel downloaden! Muss wir gegen 38 GB downloaden! Das ist schon sehr heftig! Das ist schon eine sehr intensive Menge! Na gut! Ich meine, wenn viel neuer Content kommt, wenn sie viel ändern, dann ist das natürlich auch einiges, was dann was dann neu installiert werden muss! Wir haben 400 Münzen! Wollte gerade nach der Arbeit spielen! Joa, der Download meint nein! Ja, klar! Das ist halt super ärgerlich, wenn du eigentlich einfach nur spielen willst und dann Hey! Toll! Neues Update! Ich konnte mich nicht heilen! Okay, das wird richtig dumm! Ich war mir nicht mehr sicher, wie dumm die Kopflosen sind! Äh, das wird richtig dumm! Ich mag Unterwasser-Kopflose nicht! Wie kam ich hier nochmal raus? Nicht so auf jeden Fall! Genau das wollte ich, dass nicht passiert! Sind wir da nicht gerade eben um ein Eck geschwommen? Da wollte ich wieder hin, aber das Eck war weg! Guten Abend, Kuma! Willkommen zu Steam! Schön, dass du dabei bist! Dann viel Erfolg bei deinem Download! Ja... Na gut, okay! Ich mein... Es war nicht so viel Geld! Es war nicht so viel Erfahrung! Aber ich hätt's halt trotzdem gerne gehabt! Es war nicht so viel Geld! Es war nicht so viel Geld! Wo war das? Ich bin so verwirrt! Ich dachte, ich wollte dorthin, aber... scheinbar... lief das nicht so! Ja... Unterwasser-Kopflose! Oh Gott, da ist ein Schiff im Weg! Und... Instant... Grauen... Äh... Die sind sehr anstrengend, Kerle! Die sind sehr anstrengend, Kerle! Die holen uns einfach den Griff... Natürlich sollte der Griff nicht treffen! Oh mein Gott! Großartig! Ich wusste, dass das anstrengend wird! Ich dachte aber nicht, dass es... so... anstrengend wird! Oh Mann! Okay, du hast es diesmal nicht so lange gemacht, weil du... theoretisch nicht durchgezogen hast! So... So... Einfach immer... paddeln... paddeln... Solange bis er vielleicht mal wieder aufhört... mit dem gespame... Dankeschön! What? Vor allem... Manchmal triggert das einfach nicht meine... meine Heilung! Ich will mich heilen! Dankeschön! Au! Oh! Und ihr so? Könntest du da... Muss ich näher ran? Oder was ist das Problem gerade eben? Scheinbar... Scheinbar bin ich zu weit weg für ihn! Nein! Muss halt ran springen und dann... dann halt sofort wieder weg! Oh mein Gott! Ja... Entschuldigung, dass ich zwei Zentimeter weit weg war! Ja... Ja... Jetzt ist es okay, ha? Pfff... Ach... Ich muss jetzt abwarten... dass er einen Griff macht... oder irgendwas anderes Gutes... Das da zum Beispiel... damit ich meinen Grauen heilen kann... wenn ich hier nicht hinste sterbe... Wenn ich hier nicht hinste sterbe... Was genau schmeißt der da? Schatten... Objekt... Kugeln... Keine Ahnung... Hahaha... Oder meinst du den Griff? Oder... Meinst du die... die kleinen Klingen? Oder meinst du den Griff? Aber... Keine Ahnung... Hahaha... Nadeln... Schattenobjekte... Such's dir raus! Hahaha... Die kleinen Klingen... Keine Ahnung... Irgendwas, was wahrscheinlich aus deinem Kopf kommt... Und... Ongos Geiststurz... Sehr schön... Der ist schon mal relativ cool... Schattenobjekt-Kügelchen, ja. Also, es ist eine Geduldssache. Es ist eine Geduldssache, aber es sind nicht meine Lieblingsbosse. Gut, dass es davon bloß zwei gibt. Generell sind die Kopflosen nicht meine Lieblingsbosse, muss ich sagen. Die kloppen sich da oben immer noch, wenn ich irgendwie zehn Stunden im Wasser verbracht habe. Puh, du bist kein... Oh doch, nee, bist du ein Schatzkaufen? Nö, doch, nö. Okay, kein Schatzkaufen. Hui. Wunderbar, guten Tag. Ich bin hier bloß gerade immer am Rumpaddeln. So eine kleine... kleine Mitternachts-Schwimmausflug. Okay, hier sind bloß ein paar Echsen. Ich war mir nicht sicher, ob hier noch irgendwas ist. Gegen Mittelpuder. Verständlich, dass es hier ist, bei den ganzen Echsen. Äh, so. Bei mir passt alles. War heute mal wieder Arbeiten. Uh, sehr cool. Sehr, sehr cool. I'm sneaky. Wie sneaky? Sneaky Arbeiten, oder was? Wie warst du sneaky? Äh, letzte besuchte Figur. Okay. Zwei Kämpfe schon mal erledigt. Das zweite war doch ein Doppelkampf, oder? Ja, das war ein Doppelkampf. Konnten die dann nicht irgendwie auch solche Riesenlaser machen oder sowas? Irgendwas Schlimmes war da. Aber es war, ja... War fies. Ach, oder weil du die Emotes hast. Verstehe ich das richtig? Das Emote ist süß. Aber so ist sneaky, nicht auf der Arbeit. Okay, okay, ich verstehe. Das Emote ist super süß. Schattenobjektlaser. Genau, richtig. Die reinste Form von Laser. Das ist ein super süßes Emot. Hm, so... Tiefen von der China. Nee. Äh... Bohnes Loch. Äh, Bohnenloses Loch, ja. Das ist auch süß. Oh, ja. Hm. Irgendwie... Süß, aber gruselig. Wie viel Geld haben wir kaum was? Wir haben so gut wie nichts davon bekommen. Interessant. Von mir aus. So, der sollte ein bisschen leichter sein als der andere. Der Shichimen-Krieger. Nein, das macht grauen. Das macht auch grauen. Warum macht alles grauen? Das ist... Das Schlimme an diesen Bossen sind die kleinen Kügelchen überall rumrum. Wenn die nicht wären, dann wäre der nur halb so schlimm. Bin ich definitiv der Meinung. Wobei ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher bin, ob der tatsächlich so viel leichter ist als der andere. Ja, ich glaube, das ist schwierig, ne? Das fühlt sich jetzt irgendwie fast nicht so an. Oh, sind deine Kugeln direkt kaputt gegangen, weil du gegen eine Wand stehst? Das wäre praktisch. Süß. Das habe ich nicht kommen sehen. Taste. Ja. 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 Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Müsste ihn während er fliegt eigentlich mit Wurfsternen bewerfen, ha? Ich habe das Gefühl, dass das auch immer schwierig ist, das dann zeitlich hinzubekommen. Oh, ja richtig. Da war was. Teleport. Teleport. Das ist der Unterschied an den beiden. Er kann den Laser erst ab der zweiten Phase, während der andere den Laser sofort kann. Was den definitiv angenehmer macht, ja. Der Laser ist nämlich so das eine Ding, was richtig, richtig reinhauen kann. Ich bekomme seine Timings auch einfach nicht hin. Also vom Kontern. Nicht, dass es so wichtig wäre im Moment, weil er eh viel Haltung regeneriert. Oh, verdammt. Hm. Nein, ich wollte den Trank noch trinken. Falsch. Okay. Ich habe kaum mehr Leben. Ist mir gar nicht aufgefallen. Na also. Yes. Yes. Sehr schön. Puh. Zeremonien-Tanto. Deutlich mit blendend weißer Klinge und Griff. Warum macht der da Disco? Wup, 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 wup. Tschüssi. Kann wieder die Vitalität in Geist-Embleme umwandeln. Rasten füllt die Aufladung wieder auf. Ursprünglich wurde dieses Tanto mit einem virtuellen Opfer an den Drachen benutzt. Okay. Disco-Stab. Das heißt, wenn jetzt meine Geist-Embleme zu Ende sind, kann ich Heilung dafür nutzen. Interessant. Guten Abend, guten Abend, alle Norian. Willkommen zum Team. Schön, dass du dabei bist. So, dann reisen wir. Jetzt machen wir gerade eben alle, alle mal durch. Ja, okay. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Also will man eigentlich nicht machen. Aber wenn es halt so dringend notwendig ist, dann kann es auf jeden Fall helfen. Wir müssen jetzt theoretisch auch mal nach ein paar Händlern schauen, wenn die jetzt mehr Zeug haben. So, probieren wir den. Den Kopflosen. Das Angenehme an den Unterwasser-Kopflosen ist, du brauchst kein Konfetti. Das ist halt das wirklich Angenehme dran. Ja, wir haben bloß vier Konfetti. Wir haben aber gerade keinen anderen Kopflosen mehr, oder? Wo ist die Funktion, um eine Nachricht für Geld anzeigen zu lassen hin? Ist die weg? Wurde die wieder gelöscht? Kam scheinbar nicht so gut an, ha? Wenn die jetzt schon wieder weg ist. Da ständig direkt vor ihm. Bist du schwach sind die Funktionen? Ich meine, wer es gerne gemacht hat, na? Also ich fand es ja auch unsinnig, aber ich dachte nicht, dass sie so schnell wieder weg ist. Nein, 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 nein. Thank you. Bin zu yok. Ah. So schnell. Hoho, das Grau. Na also. Sehr schön. Arcos Geiststurz, der ist so gut, der ist so gut, nice, okay, nächster Kopflose erledigt, wunderbar. Wie lange hält das Konfetti? Auf drei Minuten? Ich find's schwierig zu sagen, also, es hält theoretisch eine Phase durch gerade eben, so mehr oder weniger. Also, zwei Minuten, irgendwie sowas. Nicht wirklich lange. Jetzt ist es weg. 100 Euro für zweieinhalb Minuten Nachricht davorheben, find ich schon ganz schön heftig. Ich mein... Ja. Anders ausgedrückt, zu kurz. Zu kurz, ja. Definitiv. Das wäre sehr angenehm, wenn das länger wäre. Okay. Das kostet immer wieder zwei... Zwei Geister im Leben. Aber wir haben ein paar. Ich würd schon sagen, zu kurz. Es wäre schön, wenn du theoretisch ein Konfetti pro Kampf bräuchtest. Da du sie für die Kopflosen halt bis auf die, ähm, bis auf die späteren Sachen dringend brauchst, theoretisch. Deswegen wäre es schon schön. Äh... Wächteraffenbau. Äh, wir können zuerst mal einen weiteren Reis holen. Dafür haben sie ja jetzt dieses Gas-Streamer-Ding eingebracht. Was auch immer das jetzt genau machen soll. Äh, ich glaub, du kannst damit jetzt halt super easy Leute einfach reinziehen in den Stream. Aber, ja, und ich glaub auch deren Ansicht oder so. Also, theoretisch ein Stream von denen. Keine Ahnung. Oh. Oh, Shinobi des göttlichen Erben. Ich habe deine Rückkehr bereits erwartet. Nur schau mal jetzt nicht. Nimm. Bitte diesen Reis. Danke. Segnet uns mit einer reichen Ernte. Ich bin euch dankbar. Natürlich. Reis ist kostbar. Denk daran, ihn ordentlich zu kauen, bevor du ihn herunterschluckst. Ich geb mein Bestes. Vielen Dank für deinen Besuch. Ist immer wieder schön. Sorry, dass ich dich beim Schlafen gestört hab. Immer wieder eine Freude. Ich hatte eben Reis. Hast du ihn auch gut gekaut? Ah, das ist kein, kein Wasserbecken. Interessant. Reis ist in der Tat kostbar, oder? Ich denke ja. Hehehehe. Hehehehe. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Konfetti wäre mega. Auf jeden Fall. Hühnchen mit Reis. Kommt gut. So. Naja, der Buff stärkt hier sämtlichen Schaden. Nur gegen Erscheinungen besonders. Oder vielleicht zu stark, wenn es länger wäre. Ja, ist richtig. Man hätte theoretisch zwei verschiedene Fähigkeiten machen können. Einmal stärkt Schaden, für ganz kurz. Und einmal, du kannst Erscheinungen töten, aber für länger. So wie zum Beispiel hier, ähm, der Wanderfluch in Dark Souls 1. Was ist der Wanderfluch? Ich glaube schon. Wo du diese, diese Geiste in Neulondo besiegen kannst. War halt nur dafür da, ne? Dass es, da es halt eben so eine, so eine Kombo-Fähigkeit ist, äh, finde ich es ein bisschen schwierig. Hehehehe. Morgen gibt's dann Reis. Äh, äh, zu der Chili-Konkane. Uh. Auch gut. Auch gut. Mir fällt gerade auf. Was fällt dir auf? Ironisch, noch 10 Minuten, bis das Update endlich fertig ist. Hehehehe. Hm. Ähm. Reis war ja in Feudal, Japan die Währung. Echt? War Reis da die Währung? Ach, krass. Das heißt, die Dame druckt Geld. Hehehehe. 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 Macht sie gut. Hehehehe. Nicht schlecht. Das wusste ich nicht, dass das tatsächlich, äh, damals, äh, eine Währung war. Nicht schlecht. Hehehehe. 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 Und wir essen das Geld dann halt. Hehehehe. Hehehehe. Wir denken uns, oh, nom nom nom, Geld. Hehehehe. 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 Das war mir nicht bewusst. Krass. Sehr krass. Wir essen Geld, ja. Hehehehe. Schon ziemlich dekadent, das so sagen zu können. Hehehehe. 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 Die Frage ist, wie druckt sie den Reis? Naja. Mit viel Liebe. Er ist wahrscheinlich dafür da, dass man sich da Dings holen könnte, ne? Lassen wir jetzt aber mal. Nimmst du Schüssel Reis oder Schüssel Nudeln? Trocken, pur, nix dazu außer halt gekocht, was? Portal Japan hatte zwei Währungen, Reis und Seine. Hm, kann ich verstehen. Beides sehr wertvolle Sachen, ne? Ups. Bis dann die chinesische Währung rüberkam. Ah, krass. Wie gesagt, Dinge, die ich... Hallo? Oh. Also ich weiß, der Wolf ist ein krasser Kerl, ne? Aber ich wusste nicht, dass er fliegen kann. Hehehehe. Hehehehe. Was tust du, Wolf? Flugwolf. Hehehehe. Ich kenn' Flughunde, aber nicht Flugwölfe. Ah, so ärgerlich, dass er das so schnell dann aufbaut. Ja, der Kerl ist definitiv sehr viel unangenehmer als der andere. Boah, ich wäre so knapp gerade eben gestorben. Und ich könnte es immer noch tun. Okay. Oh, meine Güte. Da haben wir den kopflosen Affen umgebracht. Korrekt. Jetzt bringt uns so ein komischer Kriegertyp, äh, uns um. Diese Bälle! Überall sind diese dummen Bälle. Jetzt beschwört er noch dümmere größere Bälle. Hahahaha Hahahaha Du musst halt super aggressiv um ihn rumrennen Ich dachte ich komme weg Nein, 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 nein Oh Mann Er kann blocken Macht er sonst nie Ja, das war blöd Ich dachte, wir machen nochmal einen Nachlaser Es ist so lächerlich Es ist so lächerlich teilweise Ja, das war blöd Ja, das war blöd Na also Yes Das ist der Geistermurmel, Mann GG Yes Sehr schön Guten Abend, Gorbash Willkommen fürs Team Schön, dass du dabei bist Ring des Unzufriedenen Na also Oh Gott Was ein Stress Weil die japanische Regierung wollte keine chinesische Währung in ihrem Land Und hat deshalb Gesetze gegen das Importieren von dieser gemacht Mhm Eine chinesische Regierung wollte nicht, dass ihre Währung nach Japan geht Also haben sie ein Gesetz gegen das Exportieren ihrer Währung gemacht Die Bürger, beide Länder, haben einfach ignoriert und weitergehandelt Hahahaha Ich meine, das ist wahrscheinlich auch einfach viel sinnvoller gewesen Hahahaha Das ist schon sehr witzig, dass es halt Hahahaha Von der, von der Regierung her, ne Überhaupt nicht gewollt war Hahahaha Wenn trotzdem so kam Hahahaha Okay Sehr schön Was denn, Yuan wurde dann der, der Yen Klingen beide auch so ähnlich Ja, wahrscheinlich aber bloß eine simple Abwandlung, ne Ergibt ja dann schon Sinn Nice Wunderbar Äh, gut Verborgener Wald Letzter Kopflose noch, ne Den wir gerade haben Das gibt wahrscheinlich das Schleichkonfekt dann Sind wir dann erstmal durch mit allem? Ich glaube Achso, ich hab nur noch ein Konfetti Ehhhh Ein Konfetti reicht halt eben nicht Das ist ärgerlich, ja Vielleicht können wir ganz schnell Zwei oder drei Konfetti sollten ja reichen Vielleicht ganz, ganz schnell Was ist am sinnvollsten? Hier denke ich Yin-Yang Hahahaha, ja Vielleicht ein, zwei Konfetti holen Dann sollten wir es haben Wie gesagt, dann wüsste ich im Moment nämlich auch von keinem mehr Vor allem Gebetsperlentechnisch Boop Hm, falsches Zeug Es ist fertig Zeit zu spielen Nice Dann viel, viel Spaß dir Als ob du da bist Oh, komm Das ist natürlich super ätzend, dass der Typ da mit dabei ist Auf der anderen Seite der Macht den, macht den Samurai ziemlich, ziemlich fertig Ich hatte eben aber auch keinen gescheiten Konter rein Ich hab schon Nur Eisenschrott Warum? Ech Erstmal bei Dragon Hunt Weil bei dem mach ich es diese Woche für die, für die Dailies Ah, okay Okay Dann dir da viel Erfolg Vielleicht ist die Trepperunde dann tatsächlich sinnvoller Aha Uff Wir können dann theoretisch auch den Dings holen Oh Gott Das ist mir Das ist mir jetzt viel zu lang nehmen Aaaaaaah Weg da Der hat diese Woche keine Zeit Ah, okay Okay, dann viel Erfolg dir dabei Vielleicht vom Dojo aus Vielleicht ist das sinnvoller Dann sind die beiden Typen da unten Also wir bekommen sehr häufig Items Aber halt nicht die richtigen Das ist das Problem Ehhhhh Da sollten jetzt beide rüber stehen Was? So viel Schrott, aber nicht das Richtige Aus Sicht der Chinesen Wir haben zu viel Kupfer und keine Münzen Äh, keinen Nutzen dafür Geben wir das den Japanern in Münzenform Die gehen voll drauf ab Und aus Japaner Sicht Das letzte Mal, dass unsere Regierung eine Währung gemacht hat Haben sie es innerhalb anderthalb Monate geschafft In die Hyperinflation zu treiben Kommen wir neben die chinesische Währung Die kann unsere Regierung nicht ruinieren, ja Hahaha Verstehe ich? War alles Alles nicht so einfach damals Hahaha Ja, hatte jeder seine Gründe Ist schon krass Krass wie das alles so So lief Eine Sache ist merkwürdig Warum auch immer Kann ich mich nicht mehr auf online stellen Vielleicht ein Bug in der Version? Klingt auf jeden Fall unangenehm Oh mein Gott Ich bin immer zu spät bei denen Ich weiß, dass der Mikiri kommt Jetzt Perfekt Nicht beim Spiel so ein crazy Account Oh, das ist noch seltsamer Gebt mir doch bitte ein Konfetti Nur ein Die geben doch Konfetti Ich bin mir so sicher, dass die Konfetti geben Was hab ich mit dem ganzen dummen Schrott Ich muss wieder Gute Nacht Gute Nacht dann, Gorbash Mach's gut Vielen Dank, dass du dabei warst Bis bald Bin permanent auf Auf offline gestellt Okay, das ist super seltsam Kann sein, dass da vielleicht gerade mal eine Playstation in irgendwas ist Vielleicht sind auch gerade eben die Playstation Server irgendwie buggy Klingt auf jeden Fall sehr seltsam Na also Geht doch Wie viele Kopflosen gibt's denn noch? Der im Wald, die unter Wasser? Gibt's denn überhaupt noch einen? Jetzt gerade bei Dragon Hunt, der steht ganz normal auf online Okay, das ist komisch Arkus, Ungus, Gokans Gachins und Yasharikus Beim Drachentempel Ich hab jetzt Arkus, Ungus und Gokans Genau Gachins und Achso, ja, ja, den meinte ich ja Was hab ich gesagt? Den meinte ich ja Davon hatten wir vorhin schon diese Doppelkampf unter Wasser Ja, dann passt das ja Der im Wald gibt uns Gachins Und der unter Wasser gibt uns dann den Dings Das Das, äh, Yasharikus Okay, perfekt Dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr Farmen Es gibt bloß noch einen Shichimenkrieger Ich dachte, du meinst den in der Maschine Bokam Achso, nee, nee, den haben wir ja schon Deswegen Den, den hatten wir ja schon, schon nochmal erledigt Ähm Es muss jetzt halt funktionieren Wenn ich jetzt halt draufgehe, dann müssen wir nochmal farmen Ach, da warst du Essen machen, okay Ja, nee, den haben wir gerade eben schon erledigt Jetzt verstehe ich Der ist schon, der ist schon platt Das muss jetzt funktionieren Ich wünschte, ich könnte ihn halt eben von, äh Von oben anspringen Aber das haben sie halt leider so gemacht, dass es nicht geht, ne 470 Münzen Wo ist der? Da unten Ich muss das hier mal umstellen Ich muss das hier mal umstellen Diese Hühnchen Oh mein Gott Schnauze halten Ist ja furchtbar Man, wir tun ihm schon mal weh Aber er uns auch Es gibt bloß ganz spezifische Angriffe, wo du reingehen darfst Einig Schnauze Spannende Schnauze Selbst in einer richtig guten ersten Phase ist das Konfetti jetzt trotzdem schon wieder weg. Ich finde also definitiv, dass es ein bisschen zu kurz ist. Nicht die richtige Flasche. Passt. Das war so knapp, weil ich kein Konfetti mehr hatte. Gatschins. Yes. Oh, meine Güte. Sehr, sehr schön. Also. Magnetitschrott. Wunderbar. Erstmal weg. Essen machen. Vielleicht bis später. Okay, vielleicht bis später. Guten Appetit dir dann. Mach's gut. Gut. Ich glaube, on top, dass er kopflos ist, ist er auch noch der Gymlose. Gymlose? Gymlose? Gymlose. Ich bin mir nicht sicher. Gymlose. Gymlose. So. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Machen wir noch Urin. Dann sind, glaube ich, alle Nebenviecher erledigt, meine ich. Wie viele Gebetsperlen gibt's denn überhaupt noch? Das ist die Frage. Mit Urin hätten wir dann... Ich kann's grad ihm schwer einsehen. Auf jeden Fall grenzwertig. Es war halt vor allem sehr... Okay, mit Urin hätten wir die achte voll. Ich denke, das passt, oder? Es war auf jeden Fall sehr, wie soll man sagen, sehr weit hergeholt. Irgendwo. Tut mir leid. Ihr auch? Wie könnt ihr es wagen, Sakusa-sama von mir zu verstecken? Uff. Sie liegt ordentlich los. Ja, ich weiß noch, sie war gruselig. Ich konnte sie nicht angreifen. Sie war einfach unsichtbar. auch toll. Okay Das ist natürlich großartig Wie zur Hölle habe ich dir das letzte Mal besiegt Ja, das kann ich in dem Tempo auf jeden Fall knicken Nope, meine Gute Ich fang nochmal für Neumann Das Grosch, wenn zwei Schwerter aufeinandertreffen Ist sehr ikonisch für das Game Muss ich schon sagen Ja, das Sounddesign davon ist mega Das haben sie richtig gut gemacht Aber das Weil es halt auch so ein So ein ganz tiefes, wichtiges System Für das Spiel ist War das auch absolut wichtig Gerade halt auch Dass du schön erkennen kannst Was jetzt ein Was jetzt ein Konter ist Und was bloß ein Block ist Mir auch Wie könnt ihr es wagen Sackles Asama von mir zu verstecken Das wäre gruselig geworden Da kam ich gerade nicht rein Ich müsste mal auf ihren Kopf sprengen Werden sie das macht Irgendwann kannst du nicht mehr weglaufen Das hat halbwegs funktioniert Aber besser als das vorher So zähle ich das mal als okay Der Schaden von mir ist halt heftig Oh Yes Puh Menschen sind halt echt nicht so beweglich Ja Das klingt weird Ich bin mir nicht sicher Wie romantisch das jetzt gemeint ist Vor allem sind Leute in echt Manchmal nicht einfach durchlässig Das hilft auch schon sehr Sie ist aber halt einfach ein Gegner Den du nicht mit Lebensschaden töten kannst Keine Chance Also Tschüssi Vor allem wenn man noch etwas Rüstung trägt Ja richtig Deswegen hat sie ja bloß hier Einen schicken Keyman Nice Gib mir die Pferde Oh Haut des Lebensschatten Nice Todeschläge geben Beim Shinobi Die Gelegenheit durchzuatmen Ähm Oh Mehr Vitalität nach dem Todeschlag Das ist super angenehm Ich wusste nicht Dass sie das gibt Das ist höchst angenehm Nice Wann die hier unten schon Ja stimmt war noch In dem anderen Karpfen Mag dann eher so Schwertkämpfe Wie in diesem Game Wo das Schwert wirklich die Die einzige Verteidigung Das Schwert ist Weil du nur Stoff trägst Für maximale Beweglichkeit Mh Ich mein Ja Die Sache ist halt Das funktioniert nicht immer so Nicht immer so gut Das macht Kämpfe halt teilweise Relativ schnell Ähm Relativ schnell Zu Zu sehr kurzen Kämpfen Okay Wie viel Wie viele Gebetsketten Gibt es im Spiel Ich habe trotzdem Wirklichkeit keinen Tanz Weil sie dafür Sind Stiche zu effektiv Ja klar Ähm Weil wir können jetzt Unsere Hier Jetzt unsere achte machen Gibt es neun Vierzig Okay dann gibt es Zehn Kriegen wir noch acht Gebetsperlen Also bis zehn Genau Genau Das Innenministerium Traut dem einsamen Schattenclan Von allen Shinobi Am meisten Die Anführer Masatsuna Uribe Hat siebzehn Kinder Die alle Spezialtechniken Nutzen Wie Giftklingen Oder trainierte Shinobi Hunde Ach das sind alles Das sind alles Brüder theoretisch Das wusste ich nicht Hatte ich glaube ich So noch nie Noch nie gelesen Das ist witzig Interessant Ähm Ist die Frage Auf welche Fähigkeit Ich als nächstes Wollte Lebendige Kraft Eventuell Dann können wir ja Den verbesserten Genau Die macht erfüllte Sterbliche Klinge Machen Das wäre schon witzig Ansonsten hier Für die Für die Konfekte Die länger halten Das ist halt auch cool Ähm Das ist nicht so wichtig Haltung nach einem Todesschlag Finde ich nicht So interessant Ah dann theoretisch Oh für lebendige Kraft Brauchen wir aber noch Den Nachtschwalbenhieb Ups Richtig Ja okay Dann müssen wir erst In die Richtung gehen Das wird also Doch noch ein bisschen Dauern Okay Dann hoffe ich mal Dass wir überall waren Ansonsten können wir Theodisch nochmal kurz Vor Vor dem Drachen Nochmal reinschauen Wie wir dann Da stehen Ich meine der China-Talsperre War in dem Zustand Jetzt gerade eben Nichts Also an An Bossen Ansonsten wüsste ich Gerade eben auch nicht Wir haben auch alle Die Shichimen-Krieger Und sowas Haben wir Haben wir alle erledigt Sollte passen Wir haben auch die ganzen Kopflosen Okay Dann Palastior Quelle Let's go Pallendrüstung ist sogar So schwer Dass man als Mensch Nicht darin zu Fuß Kämpfen konnte Ist nur noch mit dem Pferd Möglich Oh krass Das wusste ich tatsächlich Auch nicht Aber die waren halt Auch wahnsinnig heftig So Nach viel Nebenkram Der zum Glück Relativ gut lief Sind wir hier Sehr schön Guten Abend im Hacking Willkommen zum Team Schön, dass du warst Ein Palastior Quelle Sind drei Gebetsperlen Okay Da müssen noch Fünf Danach kommen Ups Oder hab ich irgendwo Eine liegen lassen Man kann da kämpfen Aber man fällt um Und dann ist vorüber Das ist auch nicht Der Sinn davon Plupp Oh Ich erinnere mich An die Typen hier Das kann unangenehm sein Das Gebiet generell war sehr cool Die Typen sind Unangenehm Oh Gott Das war Verdammt knapp Eine konnte man mal kaufen Hattest du die geholt Ziemlich sicher Ziemlich sicher Kügelchen Kügelchen nehme ich immer gerne mit Wie heißt das Gebiet gerade? Das ist der Palast Die Urquelle So Ein Schickermiwoballon Hier dürfen wir noch nicht hin Wegen Oh Ah ja Okay Ich wollte gerade sagen Aktiviert sich das jetzt noch nicht? Jep Deswegen Das Battle Theme Klingt ja mal richtig rein Alles cool hier Generell ein super duper tolles Gebiet 87 Münzen Wenn wir ein paar von denen haben Könnten wir mal so einen Mibuballon zünden Ich bin froh Dass gerade nichts passiert Hab's gefunden Zwei Gebetsperlen sind erschienen In Flammen Okay Dankeschön Dann sind wir bei Fünf Da fehlen immer noch Drei Hm Das schwerste worum man noch Zu Fuß kämpfen kann Sind Schuppenrüstung Kettenrüstung Ja Richtig Richtig Alles andere ist halt dann So schwer Genau Okay Gehört das so Guten Tag Äh Okay Dann so War nicht ganz das was ich vorhatte Aber passt Hi Ja das wird ein Spaß gegen die Coole Gegner Sehr anstrengend aber auf jeden Fall Mit dem Rumgehüpfe Das kann ich auch Au What Scheinbar Bin ich nicht sehr effektiv damit Haha Vielleicht ging zwei Ah Oh Gott Okay Ich hab keine Ahnung wie ich das überlebt habe Aber ich hab's irgendwie geschafft Puh Okay So sehr schön Jetzt bin ich wieder online Wo ich jetzt wieder Bei mir reingegangen bin Weird Ja okay Das ist sehr seltsam Vielleicht war da noch irgendwas Ganz buggy Wow Haben noch einen im Senpo-Tempel Der noch fehlt Oh Okay Wo hab ich im Hm Wo hab ich im Senpo-Tempel Einen vergessen Hinter ner Geheimen Wand Da müsst ihr theoretisch nochmal Intensiv überall durchgucken Wie weit bist du jetzt eigentlich Ich würd das als Ich mein das ist das vorletzte Gebiet Also wir sind jetzt Würde ich sagen Schon im Endgame Wir haben jetzt viele Nebensachen Auch abgeschlossen Das ist schon relativ weit Ne unter Oh Ja richtig Unter Wasser waren wir noch nicht Ja ja Stimmt Den Unterwasser-Kram im Senpo-Tempel Haben wir noch nicht gemacht Oh Alter geil Endgame Aha Ich hab sie rausgelockt Haben noch einen in Aschina Außengebiet in Flammen Okay Okay Wir haben da auch noch zusammen Dann fehlt noch Noch eine Sehr schön Fehlt nur noch eine Aber stimmt Richtig Wir haben Vielleicht irgendwo noch mal unter Wasser Wir haben nicht so viele Unterwassersachen gemacht Da bin ich jetzt doch Eher durchgespeedet Sag ich mal Ey Adamantiet Komischer Fischhund Okay Da sind mehr Fischhunde Oh Jesus Ich wusste nicht mehr Dass die Blitze können Aber da war was Ich erinnere mich Böse Fischhunde Ah Goddammit Schluss damit Zu viele Ah Wie spawnen die Was passiert hier Die letzten Sie erst im Fernsehen gesehen Ach Endgame Ja Endgame Ist immer wieder cool Bläm Ja Blitze im Wasser Das ist definitiv Nicht so toll Au Aber unter Wasser Könnte ich noch ein paar Sachen checken Da könnten noch ein paar Ein paar sein Perfekt Gerade die Die im Senpo Tempel So Zeit zu spielen Wie gesagt Dir dann Ganz ganz viel Erfolg Und ganz viel Spaß Boom Die geben mächtig viel Erfahrung Dafür dass sie Doch das einen Hit Vertragen Die ist schon angenehm Erschienen in Flammen 3 Plus Erschienen in Außenbezirk 1 Plus Palast 3 Plus Senpo Tempel 1 Sind insgesamt 8 Würden noch 2 fehlen Warte mal Ne 8 passt doch oder Brauchen wir nicht nur noch 8 Wir brauchen doch bloß noch 8 Stimmt Das Außengebiet in Flammen wäre dann das letzte Erschienen in Flammen sind 2 Nicht 3 Ah ok Deswegen Mein Fehler Dann fehlt nur noch eine Aber ich brauche ja nur noch 8 Ich habe ja jetzt eine vollständig Meine 8 habe ich vollständig Also brauche ich noch 8 Stück 2 mal die 4 Deswegen würde eine fehlen Ja genau Eine ist also noch unbekannt So war das Theodisch in der China Komplett In Flammen sind 3 So irgendwann grundrechte ich Wir bräuchten 10 Wahrscheinlich vielleicht weil du die 10 noch im Kopf hattest von 10 10 Sachen Also 10 Gebetsketten Entschuldigt Junger Mann Äh ja Junger Mann Gebt bitte auf euch acht Die Adligen im Palast dürsten nach der Kraft der Jugend Sie können es nicht lassen Und wollen immer mehr davon rauben Ich verstehe Vor allem der Hof vor euch Ist verflucht Er ist voller Adeliger Wenn es euch vorwärts treibt Solltet ihr ihn umgehen Und wenn nicht? Warum erzählt Ich will euch um einen Gefallen bitten Junger Mann Was ist los? Es geht um meinen Vater Seit mein Vater ein Adeliger ist Ist er von einem Karpfen besessen Dem großen Karpfen Seitdem tut er nichts anderes mehr Als diesen verfluchten Karpfen zu füttern Junger Mann Bitte befreit meinen Vater von der Zauberkraft des Karpfen Mein Vater hätte sich niemals so ein Leben ausgesucht Der Hof ist Und fall bitte Erf mein Okay Machen wir Easy Das draufbeißen Ich schau mal Ja vielleicht Ja Gucken wir mal Vielleicht findest du noch was Ansonsten finde ich vielleicht noch irgendwo was Aber danke auf jeden Fall fürs Nachschauen Sind hier eigentlich Shurikens ganz sinnvoll? Piu Nö Natürlich nicht so Gibt noch eine Unterwasser in Mibu Hattest du den? Ich müsste nachschauen Ich müsste tatsächlich nachschauen Weil ich habe Teile in Mibu Ich würde jetzt fast sagen ja Aber vielleicht gab es nochmal eins Wo ich nicht habe Kügel hier Schade Wait Das habe ich nicht kommen sehen Vielleicht ist der Unterwasser in Mibu Ich könnte gleich mal nachschauen beim nächsten Denks Äh Bei der nächsten Statue Dann sind wir uns Dann sind wir uns ja sicher Wo die restlichen sind Schön Wir haben uns gegenseitig gefloppen Es sind acht rund um Mibu Ich glaube im ersten eins davon Oh ja Ja okay Es gibt auch noch Ich glaube es gibt auch noch Ein oder zwei Wege In Also auf jeden Fall Einen Weg in einem Tunnel Den ich nicht hatte Ich hoffe der Vielleicht führt der auch zu irgendwas Da bin ich mir gerade nicht sicher Ich gucke gleich mal Wir sollten gleich ja Eine Statue bekommen Aber wahrscheinlich Wenn es in Mibu so viele gibt Schlabbert der jetzt hier echt rüber Und braucht eine Weile Okay Oh Gott Nicht zwei von euch Guck mal Beide sind reingelaufen Ich kann mich leider nicht Auf beide konzentrieren Okay Das reicht so Uff Ah Gar keine Konto hinbekommen Trotzdem noch irgendwie gelöst Sehr gut Hey 1800 Das ist schon echt krass Wie viel Geld du hier bekommst Göttliches Konfetti Hab ich dich Sehr gut Oh Grabwachsklumpen Auch gerne gesehen Ganz schnell weg Ganz schnell weg Oh Oh Gott Das war What Nooo Und man kann sich nicht wieder Beleben Was So viel zu meinem Geld Oh Das ist so ätzend Das wusste ich nicht mehr Wie hat der mich noch gesehen gehabt Oh Mann Ja Das ist Das ist echt Däblich Ja Mann Ist aber fett So Ärgerlich Oh Gott Das war nicht das Was ich tun wollte Aber okay Hey Ja Die Diese Schwächung Ist schon Schon sehr sehr fies Ist halt eben auch eine Sache Man sollte eigentlich nicht Aktiv gegen die kämpfen Ja Man sollte es dich halt eigentlich schon Schon durchschleichen Sonst passiert sowas halt sehr schnell Am ehesten über die Dächer Kommst du von hier aus über die Dächer Was machst du da Ich hoffe da drüber rum zu hüpfen Ich dachte ich könnte den ganzen Bereich mal leer räumen Sah aber nicht so aus Vielleicht kommst du von hier aus gar nicht nur Gar nicht über die Dächer Das Gebiet über die zweite Etage gelöst Ah ja hier so Jetzt habe ich es auch gerade eben gesehen Wollte den Kram auf dem Hof dort haben Auf die Dächer kommen wir von der anderen Seite Ja okay Ich war mir nicht sicher ob er wieder zurückkommt oder nicht Ich glaube er kapiert was da abgeht Ich meine wir haben unser Geld halt schon wieder Trotzdem nichts was man unbedingt Abbekommen will So Du machst mir keinen Ärger mehr Jetzt kommen sie angewabbelt Manchmal sind sie nur leider nicht ganz so schlau Er lebt noch Er lebt noch Jetzt Einer noch Und dann der da hinten Der sollte kein Problem sein Okay das gibt mir Kiri Ich war mir zuerst nicht sicher Ist klar Warum auch nicht Dass sie immer Miteinander aufholen Wo bin ich da hängen geblieben Okay Jetzt bist du dran Nein Nein nicht so weit Dann noch drüben Kommen wir drüber Ich weiß wer da auf der anderen Seite hockt Unangenehmer Mikiri Cool gemacht Aber Sehr unangenehm um den zu bekommen Hat er mal einen Teatschrott Oh Eine schicke Kiste Das ist eine Huichi Das ist eine sehr mächtige Kiste Göttliches Gras Okay Mal sehen wo wir das wieder verschwenden können Küchen Können oder werden Sonsten Bist es bloß noch du Ich würde gerne auf den Platz kämpfen Wo kein Adeliger mehr in die Quere kommt So viel dazu Du sollst gerne wieder herkommen Ich will nicht da hinten kämpfen Ja der ist jetzt halt da nach vorne gerutscht Da war ich zu spät Sehr gut Das war auch schon mal schlimmer Ich kann mich noch erinnern Dass die glaube ich Nicht so angenehm waren Die hatten wir jetzt relativ gut im Griff Okay So damit sollte hier auch alles Erledigt sein Perfekt Puh Ein Stress Ist das hier Und hier sollte dann der nächste Nein Ah da Aber erstmal Bäm Immer wieder schön Immer wieder schön Nice Puh Schon mal weiter gekommen Blumenpanorama Nom So Wir gehen jetzt erstmal Hier hin Da ist das Becken mit dem Wasser Und dann gucken wir noch mal in Meebo So Und das war noch ein Punkt Den ich auf jeden Fall im Kopf hatte Aber ich hatte ihn noch nicht Hat ihn dann noch nicht genutzt War mir aber auch nicht mehr sicher Was es hier tatsächlich gab Gib mir jetzt Perle Okay Da ist es schon mal eine Heiliges Kapitel Infiziert Ein heiliges Buch über Leuchtung Mit der Inschrift Für das göttliche Kind Des ewigen Wassers Eine Ära lang Wurde ich durch den Wurm Gesegnet Unsterblich zu sein Bedeutet dem Pfad Die Erleuchtung zu beschreiten Und so muss ich erleuchtet werden Um meine Unsterblichkeit zu verstehen Der heilige Drache soll aus dem Westen stammen Also frage ich mich Wieso mir der Wurm gewehrt wurde Was genau Macht das Kann ich das dem göttlichen Kind geben Das ist einfach bloß so Ey, yo, Lor Ach, Teil von einem anderen Ending Okay Zu viele andere Endings Das ist so schlimm Super verwirrend Wo war das Wo ich Hier, hm Ist das irgendwas Kommt man da Wie kommt man da hoch Ich dachte eben Ich komme noch von der anderen Seite rüber Aber irgendwie nicht Ach nee Alles wozu ich bis jetzt gesagt habe Teil von einem anderen Ending War alles von einem anderen Ending Oh, okay Da musst du runter Was heißt Runter Ach, da ist in der Dunkelheit Noch eine weitere Plattform Da nicht Guck genau hin Ich Nee, nicht hier hinten Das sah kurz so aus Ich glaube noch vorne springen Und dann grappeln Kann man dort dann Nee Sicher, dass es von der Seite ist? Oder kommt man dort Von der anderen Seite Vielleicht irgendwo hin Da bin ich mir eben nicht mehr sicher Ich glaube ich habe was hier fehlt Pass the fog gate Guarded by the snake eyes Ähm Shirahagi Just before the drop Into the apes den Look up and to the left There will be a grapple point Follow the path Until the spot We have to crouch Nee, das sollte ich haben We have to follow the path And climb the wall Using Äh Look up towards the statue head Äh Nee, statue head habe ich Statue head habe ich Da bin ich mir ziemlich sicher Das habe ich Das habe ich das letzte Mal Nicht verstanden Aber dieses Mal Ging es hier vielleicht Irgendwo rüber Vielleicht ist hier irgendwo was Und jetzt hier entlang Ah, so war das Jetzt Jetzt komme ich dort drüben hin Und jetzt kann ich da hoch Vielleicht würde es auch mit dem Grapple gehen Aber Es sei jetzt für mich gerade eben nicht Nee, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich an einem ganz anderen Punkt Ja, das ist es Sehe ich gerade Okay, okay Ja Ich wusste noch, dass mir das fehlt Aber ich hatte es jetzt gerade eben nicht Nicht mehr im Kopf Aber ja, dann ist es das Ah, da ist sie schon Praktisch Okay, das ist dann die fehlende Sehr gut Ich hatte es so nicht mehr Vor allem ich hatte nicht mehr im Kopf Dass es eine Dings ist Ich dachte, das wäre nur Ein Verbindungsweg gewesen There we go Sehr schön Dankeschön auf jeden Fall fürs Nachschauen Das war super, super lieb von dir So konnten wir einige Sachen Schon mal ausschließen Und ich weiß nicht, ob ich noch Auf die Auf die Senpo-Perle gekommen wäre Aber dann haben wir alle Wunderschön Jetzt geht es hier aber irgendwie Nochmal Richtungen lang Diese Echsen hier überall Göttliches Konfetti Ja gut, okay Wäre ich hier zuerst hinlang gelaufen Ach Ja Oh Gott Wäre ich hier zuerst hinlang gelaufen Dann hätte ich mir das Farmen sparen können Großartig Na gut Wait Da hoch Und jetzt kommen wir da hoch Ah Und dann kommen wir hier zu dem Item Was man sieht Miwalong Okay Perfekt Perfekt Haben wir jetzt auch hier alles Irgendwie Keine Ahnung Ich hätte da zuerst Zuerst aktiver suchen sollen Oder halt Als wir schon hier waren Ich dachte mir irgendwie immer Ah, da kommst du noch von einer anderen Richtung hin Und dann war es weg Okay Wunderbar Dann wissen wir wo alle sind Genau Dann haben wir jetzt die beiden fehlenden geholt Und jetzt können wir den Rest holen Prima Dann haben wir da alles zusammen Sehr schön Marode Tempel Ich will mein Geld ausgeben Vor allem, weil ich weiß Was gleich kommt Das wird Das wird sehr, sehr gruselig So Wir sollten Eine kräftige Menge hier Oh Schon wieder? Oh Dem geht es nicht gut Oh Ja, richtig Da ist ja was, ne Okay Okay, das ist schon das Indigweise Hast du noch das kurze Ende Wo du bei Uhu Die eisernen Regeln folgst Okay, das dachte ich mir schon beinahe Ja Dann weiteren Mit dem göttlichen Kind Das eine, was du ja jetzt schon Schon vorbereitet hast Okay, okay, ja Ich dachte mir schon, dass das kurze Ende Dann wahrscheinlich das mit dem Uhu sein wird Das ist sehr interessant Hi Dieser Tempel hat in letzter Zeit Zu viele Besucher Entschuldigung Ich gehe ja schon Kann Tiere wahnsinnig machen Eine Erscheinung Qualen zufügen Okay, mit Tieren Tiere wahnsinnig Klingt auch gut Muss ich sagen Wir haben noch kein Lapis Kein 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 Lazuli Lapis Lazuli Lazulid Wie auch immer Haben wir noch nicht Kenagas Flammrohr ist auch angenehm Tiere wahnsinnig Blündete Feinde nehmen kurzzeitig Mehr Vitalität Und das Haltumschaden Das ist halt auch cool Das gibt so viele coole Sachen Ähm Selbst wenn sie abwehren Oh, reduziert die gegnerische Vitalität Selbst wenn sie abwehren Das ist ja krass Würde Flammrohr oder Giftklinge vorschlagen Ähm Ja Flammrohr wäre auf jeden Fall cool Giftklinge klingt aber halt auch Richtig mächtig Ich hab noch nie wirklich viel Mit der Giftklinge gemacht Muss ich sagen Vielleicht wäre die mal interessant Und am ehesten die Giftklinge Wie ich deinen Spielstil kenne Ist wahrscheinlich so, ja Wir nehmen jetzt aber trotzdem Mal das Unzufrieden Für den Nächsten Gegner Glaube ich Ist durchdringend, aber die Maro Klingt auch super mächtig Hör zu Dieses Flötensignal Das ich an deinem Arm Angebracht habe Es hat sicher einen düsteren Aber schönen Klang Setze es gut ein Ich geb mein Bestes Könnte ich definitiv mal mehr probieren Damit irgendwas zu machen Ähm Ja Was wollte ich jetzt tun Spielstil Ich kloppe drauf Bis es sich nicht mehr bewegt Du hast meinen Spielstil gut identifiziert Du hast jetzt nicht mehr Du hast nur Also du hast jetzt nicht Andere Sachen Bloß mehr Er hat endlos göttliches Konfetti Okay Das war doof von mir Es tut mir leid Ich wusste nicht, dass er Echt jetzt? Ist das erst mit der Tafel? Aber gut Wir hätten die Tafel ja schon gehabt Das war mir so nicht bewusst Das ist mega praktisch Könnte sein, dass es neu ist Mit der Tafel Gut möglich Aber ja Es wäre auf jeden Fall Ich hätte auf jeden Fall Nicht farmen müssen Sagen wir es so Was mache ich denn jetzt Mit meinem Geld? Okay, wir haben 22 im Lager Es ist krass Wie schnell man dann wieder Kügelchen aufbaut Können wir Sachen verkaufen? Ich meine, wir können natürlich auch Nochmal was kaufen Indem wir Geldbeutel Ich habe so viel Geldbeutel Aber ja, die Tafel scheint dann sehr mächtig zu sein Was kann ich denn gerade eben verbessern? Das Abimaru 1500 500 Sollte gehen So Schwingen wir uns in den Hintern zu ihm Perfekt Ja, Konfetti kommt von der Tafel Okay, okay Ja, gut Das kann man sich für die Zukunft merken Falls wir jemals irgendwas machen wollen Nochmal Nochmal intensiver Geister töten wollen Dann Wissen wir, dass da Konfetti immer ist Durchdringt das Abimaru Bam Giftiger Nebel bei einem Angriff Klingt halt super cool Da bin ich definitiv dabei Lele Rauchfunke Ich muss sagen, ich mag Ich mag das Feuerwerk Feuerwerk ist eine coole Fähigkeit Weil du es einfach so passiv einsetzen kannst Das sagt jetzt jemand Der andere Sachen gut einsetzt Bestimmt über alles Aber Ich arbeite noch an den anderen Sachen So, ein Level haben wir drei Drei Level sollten uns doch auch irgendwas bringen können Geräuschunterdrückung ist jetzt nicht so spannend Wenn wir die lebendige Kraft haben wollen Brauchen wir den Nachtschwalbenhieb Umkehr kostet nochmal drei Schon teuer Nicht vergessen Oh yeah, genau Das Durchdringende jetzt Ja Irgendwie keine Ahnung Das verbesserte Abimaru sieht gerade eben irgendwie Cooler aus als das Durchdringende, oder? Also vom Bild her Wiederholter Angriff mit der frischgeschärften Klingel Zieren die Gegner mit Identität und Haltung Selbst wenn sie abwehren Ja, okay Immer wieder eine schöne, schöne Kombo Kombo Wechselangriff Ein Schwertangriff, der dein Angriffskombo ändert Dadurch drehst du deinen Körper und kannst ausweichen Das muss ich mal probieren Oh Schick Und ansonsten Jesus Okay, das ist schon mächtig Schon mächtig Auf jeden Fall Nicht schlecht Gefällt mir Okay Blum Panorama Sehr schön Let's go Ist schick gemacht Mal sehen, was wir damit anfangen können So, Gegner vergiften Jetzt werden wir erstmal was ganz anderes haben als Problem Wie war das? Man kann Sprungangriff am Anfang machen Wenn ich mich recht erinnere War nach einer Anleitung durchdringend ist Sabimaru besser als Lazzolid Ich war eh nie Fan von Sabimaru, okay Weil zu aggressiv oder zu Wie sagt man? Zu Zu plump So kann man es glaube ich sagen Ja, zu aggressiv Okay Ja, kann ich verstehen Vielleicht können wir in einem anderen Playthrough mal ein bisschen sneaky umgehen Aber den ersten Playthrough Ich lerne ja gerade überhaupt erstmal die ganzen Sachen zu nutzen So Aber okay Ich muss nochmal das Lazzolid durchlesen Ach, das ist der Gift Nebel dann Ha, mit dem Lazzolid Nebelfeder und Flammenrohr all the way Es ist immer noch ein Playthrough, wo ich bis auf das eine Mal bei der Schlange Kein einziges Mal die Nebelfeder benutzt habe Ja, mit dem Nebel, ja Ja Hm Ja, vielleicht Oh Gott Uh, nicht da runterfallen Hör auf Mit dem Bogen Hör auf Okay, das ist tatsächlich ein Oh Gott, ja Genau deswegen wollte ich mich gerade eben sehr vorbereiten Aber durchdringt halt nicht, wenn ich mich nicht erinnere Ja, das kann gut sein Ich bra- Brauche ich für ihn göttliches Kontrollen? Fetti? Nein, okay Dann haben wir es jetzt trotzdem benutzt Ich dachte, das soll Tiere wahnsinnig machen Bist du kein Tier? Oh, ah, das war die Verzögerung Ah, jetzt Hat irgendwie trotzdem nicht funktioniert Hat irgendwie trotzdem nicht funktioniert Okay, ich verstehe das nicht Das hier hilft Das hier hilft Nutzen wir aber das da Hast du Unzufriedenheit ausgerüstet oder was Verzögerung? Oh Nee, unzufrieden Kann Tiere wahnsinnig machen Okay, wir sind unsere Angelegenheit ausgerüstet oder was Verzögerung? Oh, Mann, was 그림 ist hier die Verzögerung? damit hätte ich rechnen können wie mir mein Freund genau deswegen habe ich gerade noch alles ausgegeben was ich konnte ich bin Das war knapp. Kannst du jetzt nicht einfach drauf gehen? Da war das Kügelchen nicht schnell genug. Ist ein Reiß. Das ist ein Reiß. Oh wow, der Reiß heilt immer noch. Das ist so krass. Yes, 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 yes. Oh, okay. Und... GG! Oh Gott. Das war was. Yes, Gebietsperle. Tierkarmer. Oh, maximale... Embleme nehm ich gerne. Jo, meine Güte. Kügelchen! Ja, englische Beschreibung ist immer wieder besser. Das ist also nur gerade wütend gemacht. Großartig. Adematizschrot, okay, konfekt. Voller Geldbeutel. Ui. Das ist natürlich großartig. Das bedeutet, dass man sie... Das wollte ich nicht. Ich wollte rüber wechseln. Ja. Das bedeutet, dass man sie so besser zum Angriff zwingen kann. Schätze ich mal. Ansonsten wäre ich mir nicht ganz sicher, was das genau bringen soll, sie zu enragen. Aber okay, gut zu wissen. Ja, das hätte definitiv besser dort stehen können. Gibt es hier auf den Dächern noch irgendwas? Man kann dafür sorgen, dass sie nicht mehr zwischen Freund und Feiter entscheiden. Ah, okay. Das ist tatsächlich interessant. Überhaupt nicht hilfreich für die Situation gerade eben. Aber so generell interessant. Gerade eben so ziemlich das Schlechteste, was ich hätte tun können. Zum Beispiel beim Ninja und seinen Hunde-Buddies. Ja, ja, richtig. Die kann man dann auf ihn selber lotsen. Das ist schon cool. Nicht mehr so ein... Okay. Ich meine, sie tun mir nichts. Solange sie nicht an mich rankommen, ist alles okay. Oh, hi. Was machst du da? Ach so, du bist hier... Ich bin so ein bisschen eingesperrt. Wahrscheinlich, dass man ihn flöten hört, aber nicht weiß, wo die Flöte herkommt. Ups. Was sollst du das noch bei der Affenbande vor dem Kopflosen? Ach, die paar Affen. Ah ja. Die kann man damit dann auch... Bekämpfen die sich dann gegenseitig? Ja, dann... Ja, ja, du meinst von dem großen Affen. Von dem großen, kopflosen Affen. Ja, genau. Die... Die dann alle aufeinander einklopfen. Ja, okay, okay, genau. Das ist die Stelle. Okay, das ist mega witzig. Was soll ich da nicht hochkommen? Ah. Lass mich... Yes. Lass mich da hoch. Ins Wasser gehen wir erst ein bisschen später. Wie gesagt, das ist sehr witzig. Ja, kann man schon coole Sachen machen. Meebo-Ballon. Will ich jetzt mal so... Ich hab so viele Meebo-Ballons. Ja, okay, noch mehr. Wobei mir die Seelen... Die Seelen sind halt wichtig, falls du die brauchst, ne? Aber im Moment nicht so... Nicht so notwendig. Ich benutze jetzt einfach mal einen für... Für Geld? Oder für Level-Ups? Ach nee, Auferstehungsmacht ist das. Es gibt keinen für Level-Ups, huh? Ah. Na gut, dann Reichtum. Ich dachte, es gibt einen noch für... Aber stimmt, das ist diese Auferstehungsmacht. Finde ich nicht so interessant. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Wahrscheinlich finden wir jetzt gar niemanden. Ja, tollen Hund. Wie viel Geld gibst du mir jetzt, Hund? Oh, gar nichts. Ist ja schade. Oh Gott. Ja. Oh, da ist ne Kante. Ah, das sind so viele Leute. Ja, das kann ich jetzt natürlich sehr vergessen. Oh Gott, hallo. Wie hast du noch nicht mitbekommen, dass ich hier bin? Wie viel Geld gibst du mir jetzt? 115, ne? Das ist schon relativ viel. Wollt ihr jetzt einzeln und langsam hier runterkommen? Nein. Das ist ja schade. What? Als ob. Das ist nicht einzeln und langsam. Oh, schade. Hätte ich sie voll erwischt. Das wäre cool gewesen. Ho, ho, ho. Okay. Da ist schon mal Gift dabei gewesen. Ja, das ist genau mein Spielstil. Exakt mein Spielstil. Oh, Jesus. Was passiert hier eigentlich? Ich drücke immer die falsche Taste für den Blitzkonto. Oh. Auch okay. Nein. Verdammt. Weil ich die falsche Taste für den Blitzkonto drücke. Versuche ich das nur falsch zu machen. What? Sie hat mich während des Todeskontos gekillt. Ist ja auch alle schwach gegen Gift. Okay. Und wir haben ein bisschen Kohle gemacht dadurch. Also den größten Teil von denen habe ich noch bekommen. Das wusste ich nicht, dass die alle schwach gegen Gift sind. Aber es ist sehr, sehr angenehm. Ja, die bekommen halt durch einen Schlag bekommen. Ja, die bekommen halt durch einen Schlag bekommen die halt schon Gift. Das ist schon cool. Oh, ja, richtig. Stimmt. Steht in Sabi Maros Beschreibung. Ja, stimmt. Das hatten wir ja. Dass die... Dass die Ladies von hier schwach gegen Gift sind. Dass sie damit... Oh, what? Au. Damit damals weggetrieben wurden. Goddammit. Ich gehe ja schon wieder in meinen Keller. Weißt du zufällig, wie das mit dem Miwo Ballon ist? Wenn ich Gegner töte, zählt es theoretisch erst, wenn ich sie einsauge? Oder zählt es, sobald ich sie getötet habe, wie viel Geld ich bekomme? Das sah unangenehm aus. Dragon, das Kellerkind, flieht vor Fußballspielerinnen 2022. In Farbe. Die haben einen ordentlichen Tritt drauf. Muss man ihn lassen. Die One-Hitten mich damit. Das ist mal richtig uncool. Ansonsten würde ich die jetzt alle killen. Die One-Hitten mich nicht, aber es ist verdammt gruselig. Von Big E. Okay, vielen Dank fürs Nachschauen. Das ist dann natürlich super angenehm. Du killst einfach alle Gegner in einem Gebiet und sammelst dann einfach mit dem Miwo Ballon das auf. Macht es halt sehr viel leichter, das gescheit nutzen zu können. Da war immer noch irgendwas Unangenehmes. Das ist doch Shit! Ja! 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 Nicht mit mir! So, weil jetzt können wir dann einfach den Meebo-Wallon benutzen und dann alles... alles einschlurpen. Ui, Money! Big Money! Vielleicht nur so übertrieben Big Money, aber... schon relativ gut. Okay, ich glaub, das war's. Waren da oben noch welche? Wir müssen dann halt erstmal wiederfinden, wo du Leute getötet hast. Nois! Yes! Wunderschön. Das geht von der Geheimhöhle dort rein. Da ist dann der... der andere älteste... Quatsch, der andere... Karpfentyp drin. Wenn ich das noch richtig weiß. Das hat mich, glaub ich, damals wahnsinnig gemacht. Und dann bin ich einfach mal weitergelaufen und dann... Oh! Ah, plus Dogos. Okay. Hätte mich jetzt gerade schon sehr gewundert, was hier jetzt unten hängt. Oh, okay. Okay. Ich glaube, dann sind wir hier erst mal fertig. Okay, los, Runde. Ich hatte kurzzeitig schon Panik, dass der Typ schon hier kommt. Bloß, Doggo, sagt er. In einem Soulspawn-Spiel sagt er das. Ich meine, um ehrlich zu sein, Sekiro ist, glaube ich, das angenehmste Soulspawn-Spiel, was Hunde angeht. Ja, nächster Wasserfall ist er. Wieso kann ich das damit nicht mitnehmen? Ach, weil's... Ja, ja, okay, deswegen. Ich glaube, in Sekiro ist es tatsächlich noch okay, das sagen zu können. Hier kann ich nicht hoch. Nein. Ja, aber dann wäre meine Aussage nicht mehr lustig. Das ist richtig. Ah, wo war denn die nächste... War die da drüben drin? Aber da müsste ich ja zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Damit die Doggos angenehm sind. Was für den Chat gehört dir? Oh ja, richtig. Glückwunsch. Glückwunsch zur Chat-Übernahme. Ist hier einer? Echse. Echse. Hallo. Jetzt ist... Oh Gott. Die machen irgendwie gar nichts. Was für mir jetzt auch ganz recht ist. Was ist das Wort hier drin? Nee, ist wahrscheinlich nicht hier drin. Das ist da drüben. What? Da, ich wusste, dass hier irgendwo eine Buddha-Statue ist. Ah. Wenn du bei denen dir das Blutklinge nicht nur zu nutzt, kriegst du eine weiße Klinge anstellt von roten. Oh, echt? Das ist ja cool. Dass es nach der Blutfarbe dann geht? Das ist sehr cool. Hochinteressant. Mehr Konfetti? Seid gegrüßt. Ich grüße euch. Hi. Schennt ihr euch mit Karpfenschuppen aus? Den unbezahlbaren Schuppen des göttlichen Schatzkarpfen. Bringt sie mir. Und ich werde euch fürstlich belohnen. Oh, Lapislazuli. Hm. Das ist das andere Maskenfragment, ha? Ähm. Zwölf Karpfenschuppen. Für eins mehr können wir uns das Lazuli holen. Mit dem Segen des göttlichen Drachen nicht brechen und rosten. Module mit Lazuli, übersteigenden menschlichen Intellekt. Das ist ein neuer Jar. Ey, Glückwunsch. Bei den grünen Echsen kriegst du eine grüne Klinge, die auch Gifteffekt hat. Oh, ach, wie krass. Das ist ja mega cool. Das wusste ich nicht. Das ist super, super cool. Huch. Ja, nee. Bringt mir das nächste Mal ein paar Schuppen mit. Mach ich. Ja, das ist sehr cool. Zwei die 50% Shores verloren, aber hatten noch genügend Zahmen. Okay, nice. Glückwunsch. Sehr, sehr coole Sache. So. Oh, da ist noch ein Item. Hier können wir aber nicht... Ach doch, hier können wir rüber. Interessant. Das bringt aber wahrscheinlich ziemlich viel Probleme mit sich, wenn wir da jetzt einfach so rüberspringen. Au. Diese Echsen. Ich. Man darf den neuen Weltenbossen ne Menge mal machen. Au. Gut, ich meine, wenn man neuen Content hat, ne, dann wollen die Entwickler natürlich, dass du den erstmal ordentlich grindest. Uh. Will ich jetzt den... Kann man den anspringen? Sieht ja fast so aus, ne? Das ist auch ziemlich nutzlos, weil meist keine schweren Gegner in der Nähe von den Echsen sind. Aber es ist möglich. Okay. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, ne, dass es so funktioniert. Das muss man auf jeden Fall sagen. Wait. Warum hat das nicht funktioniert? Wait. Wait. Da soll ich vielleicht auch schillen. Geht das nicht? Kann man den nicht anjumpen? Ich wusste, dass der Laser noch kommen kann. Ich wusste es einfach. Ich glaube, das geht nicht. Ich hatte es, glaube ich, zwölfmal versucht, bevor ich es aufgegeben habe. Ah, das ist so ärgerlich. Weil das ist ein paar der ekligsten Gegner, ne? Das wäre schon angenehm, wenn das so gehen würde. Schade drum. Schade drum. Das wäre viel zu schön. Lass mich rechnen. Schon so die 10 bis 20 Mal, je nachdem, welches Lack ich habe. Oh Gott. Ja, das ist schon krass. Wenn man ihn einmal killt, muss man zwei Minuten warten, bis er respawnt. Dann war es vier. Ja gut, ich meine, das ist ja aber irgendwo noch gefühlt okay. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Tag warten müsstest oder sowas, ne? Also klar, du kannst ihn nicht umspammen, aber kannst ihn an einem Tag wenigstens recht intensiv doch legen. Hilfe. Das war etwas knapp. Okay, man soll hier auch nicht rein. Ich verstehe schon. Kügel hier. Die sehen einen auch so schnell. Das ist das Problem. Ja, das ist schon sehr ärgerlich, dass das nicht geht. Aber es hat trotzdem noch Schaden gemacht, verdammt. Aber die Typen sind einfach unangenehm genug, dass ich das gerne so gemacht hätte. Kannst du aufhören damit? Ja, dann dir da ganz, ganz viel Erfolg beim Farmen. Die Flöte klappt gegen die? Oh, okay. Sind das theoretisch so gesehen dann auch... Praktisch. Der ist trotzdem super tanky. Flöte mag funktionieren, macht die Gegner tatsächlich aber nicht angenehmer. muss man jetzt einfach mal so sagen. Interessant. Ich kann nie einschätzen, ob das jetzt tatsächlich dann Erscheinungen sind oder ob das theoretisch dann nur... Ähm... Äh, okay. Oh Gott! Ob das tatsächliche Erscheinungen sind oder bloß sowas, sowas Eigenes. Das tatsächliche Erscheinungen sind oder bloß sowas, sowas Eigenes. Schwierig, hm? Hm, dieser Temp. Halt. Äh... What? Mir ist gerade eben Sekiro abgestürzt. Ist mir ja noch nie passiert. Warum? War ich zu schnell? Das ist so weird. Okay. Probieren wir das nochmal. Erscheinungen sind die Kopflosen, die Kriege und der Dämon des Hasses. Okay, okay. Hm. Ist gerade Sekiro abgestürzt. Jopp. Ist mir ja noch nie passiert. Ist das, äh... War definitiv... Äh... Ja, 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 ja. Definitiv zu viel für das Spiel. Okay. Wie gesagt, probieren wir das nochmal. Wir sind ja wenigstens... noch am richtigen Punkt. Jetzt! So, ja, das bräuchte zum Beispiel zwei. Das Flammenrohr. Könnte das hier mal lernen. Was ist das? Achso, Brennenstatus. Ich meine, das ist maximal für den Dings interessant, ne? Das ist maximal für den Dämon des Hasses interessant, aber ansonsten wüsste ich nicht, was so... was so interessant, äh, feuermäßig ist. Kurzzeitig mal Vitalitäts- und Haltungsschaden. Da bist du. Klingt nicht schlecht. Die sind... Okay. Nehmen wir das hier. Wollen wir die 1500 haben? Hm. Ich bin gerade mal überlegen, bei meinem Cross-Code-DLC gibt es einen Dungeon und auch einen Dungeon-Race. Ich habe deswegen den Dungeon zwar schnell versucht, bin aber jetzt hoffnungslos zu langsam. Ich bin überlegen, ob ich es neu versuchen soll und einfach weitermachen soll und das L akzeptieren. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja, das ist... Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es hier irgendwie irgendwas Besonderes oder einen Hinweis oder so, ähm... wenn, äh, wenn du das Race einmal verlierst. Das wäre vielleicht eine Sache. Seid bald je... Und ansonsten... Ja... Ach, der gibt 1000. Ah, ja, okay. Stimmt, die geben 500. Kann man so machen. Ist eine schwierige Frage, ne? Ob man dann einfach nochmal neu starten soll. Ich meine, vielleicht kannst du es dann das nächste Mal einfach schneller machen. Ach, man kann das Race nicht retryen. Oh, okay. Ja, hm. Dann... Wenn du eh theoretisch alles auf... Wenn du ja eh schon alles auf 100% hattest und so und alles machen willst, wäre das vielleicht sinnvoller, das dann retryen. Ja. Das war mir natürlich nicht bewusst. Das ist unangenehm. Und dann, man kriegt auch nichts davon. Oh, okay. Nicht mein Achievement? Okay. Da bist du. Nee, für die Original-Dungeon gab es ein Achievement. Aber nicht für den DLC. Ah, okay. Hm. Na, das ist echt eine sehr gute Frage, was man da dann machen will. Schwierig zu sagen. Bin weg. Okay. Dir noch einen schönen Abend, Sau und Sommer. Mach's gut. Danke, dass dabei war's. So, können wir hier mal ein bisschen verbessern. Nicht verfügbar. Hä? Oh, weil ich zuerst das hier machen muss. Aha, ich verstehe. Hier ist also nur persönlicher Stolz. Ja, hm. Ich mein, wenn du eh schon alle anderen Sachen gemacht hast, ne, dann... will man natürlich noch die, äh, 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 die restlichen Sachen auch haben. Na, ist schwierig. Ich wär auch stark am Überlegen, ob ich's nochmal neu starte dann. Aber bloß, um's nochmal zu schaffen. Auf der anderen Seite, na, es ist... Ist dann theoretisch, äh, so richtiger, sag ich mal. Dass du's halt eben jetzt nicht geschafft hast. Also, von dem her, ja, schwierige, sehr schwierige Frage. Bäm. Ja, mit Spretterlegge. Die wollte ich noch haben. Na, wenn's um persönlichen Stolz geht... Ist immer schwierig, den aufzugeben, ne. So... Jetzt... Können wir hier wieder rüber. Hm... Ich seh grad bei den Achievements... ...dass die Krabbe... ...dass die Krabbe nur 97,9, der der Spieler geschafft haben. Oh... Hm... Das ist, äh... Ist schon, äh... Ist schon eine Menge an Spielern, die nicht... Weiße Klinge. Ja, kann ich jetzt... Kann ich jetzt nicht mehr machen, ne. Ist, äh... Ist zu spät. Das nächste Mal, wenn er mich wieder verkloppt. Dann weiße Klinge. Oh... Au... Verdammt. Leider zu spät. Hier... Wie geht's? Wie geht's? Dieses Mal macht er wenigstens nicht diesen, diesen Nebel, die ganze Zeit. Boah, der bekommt halt, wie gesagt, gar keinen Schaden. Also ja, wir bekämpfen jetzt auch nicht so intensiv, aber... Das Geräusch beim Prothesen-Switch. Das kann ich jetzt halt schon wieder vergessen. Boah, wie zur Hölle besiegt man hier im sinnvollsten. Ach so, das war so ein anderer Doggo, ja. Hm. Aber ich wollte auch noch Fähigkeiten ausgeben, richtig. Äh, Quatsch. So. Er ist halt auch in einem absolut blöden Platz. Wir können ihn nach dem Drachen besiegen, dann haben wir theoretisch nochmal mehr Angriffskraft. Vielleicht ist das sinnvoller. Müssen wir ja jetzt nicht bekämpfen. So, Nachtschweib im Umkehrhieb. Zwei Richtungen machen die Technik zugleich offensiv und defensiv. Hm. Jetzt können wir das für vier kaufen. Nice. Wunderbar. Welche von den Echsen ist es? Die da? Oh, ja. Das ist sehr cool. Das ist super hübsch. Coole Sache. Au. Das ist eine super coole Sache. Trinkt mir jetzt leider nicht so zwingend viel. Nette Idee ist es allemal. Oh, hi. Ist es schon vorbei? Ja, okay. Ich glaube, es geht wenigstens ein bisschen schneller. Habe ich gerade keinen einzigen Content bekommen? Was? Jetzt. Au. Au. Ähm, na gut. Hätte ich alles liegen lassen können für das Geld. Na gut. Passt. Ich glaube, da sind noch... Oh, viel genug. Ja. Definitiv. Ja, das sind sie. Und da noch welche. Ich bin sneaky. Ziemlich sneaky. Sehr gut. Ich hätte gerne noch mehr als bloß die eine getroffen. Aber ist okay. Oh. Nice. Ah, ich habe es kommen sehen. Ich muss noch nicht drauf reagieren. Aber ich habe... Gott, dammit. Hey, die eine ist umgekippt. Tja. Tja. Faktisch. So. Tja. hörst du auf drachen quell sage sehr schön das ist ein hund selber den brauche ich jetzt nicht zwingend britzel dragon für den extra kick war schon sehr elektrifizierend was da passiert ist wenn auch wieder da gerade wie man beginnt schon pullen zugeschaut das heißt er hat aber bloß gegner durch die welt gezogen ach nee pullen im sinne wahrscheinlich von charaktere ziehen glaube ich okay willkommen zurück charaktere gezogen okay so kam hier anführen wenn ich so mal keinen körperschaden guten tag und sie trifft nicht noch kommen was zur hölle okay das ist aber nur das ist aber nur lächerlich das ist aber nur äußerst lächerlich darf ich jetzt dankeschön vergessen wieder da okay wir kommen zurück war von dem koch stream musste mir hunger holen ja so ein koch stream ich glaube da bekommt man ganz schnell hunger warum drücke ich immer die falsche taste ah so ärgerlich ich konnte sie gerade nicht treffen so weg mit ihr gebets perle dankeschön furchtbar was ein stress ich habe keinen schaden bekommen immerhin okay sie ist erledigt das ist schon mal sehr sehr viel wert dann können wir jetzt nämlich hier entlang latschen ohne dass wir die ganze zeit weggebritzelt werden ist eine sehr gute sache ich wollte nicht stören aber weitermachen zudem wollen wir definitiv nicht so können wir dort noch rüber schauen das war bloß der karpfen fütterplatz oder brokkoli spinat hähnchen auflauf sah sehr gut aus das klingt auch verdammt gut das richtig gemacht sehr sehr hübsch die leute kommen schon auf klasse ideen schwerer gebeutelt okay das ist ja auch gerade den keks besorgt ist wichtig entschuldigt junger mann seid ihr zufällig auf dem weg in den palast ja falls ja dann solltet ihr den hintereingang nehmen er liegt unter wasser aber es gibt eine hölle die euch hinführt allerdings schläft dort auch der große karpfen warum helft ihr mir die tore des palasts sind schon seit langer zeit verschlossen ich muss mich um eine sehr wichtige aufgabe kümmern aber mein körper macht es mir unmöglich könnt ihr die tore des palasts für mich öffnen junger mann er liegt unter uns okay machen wir da oben ist noch ein item ich kann mich gerade nicht an das item erinnern holen wir uns auf jeden fall ja sind wir hier doch schon gar nicht schlecht durchgekommen würde ich sagen gefällt mir vor allem da wir halt den ganzen nebenkram schon abgeschlossen haben karpfen angeln ja holt die angelroute raus und voller geldbeutel okay hat sich gelohnt das war seltsam äh okay kann man unter wasser flöten karpfen 9 what wie er weg speedet speedy karpfen okay au das andere karpfen mein gewagtes kulinarisches experiment war in barbecue soße in bolognese zu kippen das hat gut geschmeckt äh okay mein ja kann man mal probieren klingt jetzt erstmal sehr gewagt ich glaube schon äh nein ach man schwimmt damit bloß nach unten okay also generell sind module nicht verfügbar unter wasser schade schade drum diese viecher wir haben schon öfters beim kochen experimentiert ja so ein bisschen was ne das ist immer bloß ganz klar nach nach buch vorzugehen ist ja auch spannend das war knapp ich mag das kampf nicht vor allem mit den fischen dabei und mit der tatsache dass ich zu tief bin schade oh gott nein oh meine güte ich werde angegriffen während ich noch respawne ich werde angegriffen während ich noch respawne ich sehe noch nicht dass ich das gerade eben schaffen kann ah diese fische ich sehe noch nicht dass ich das gerade schaffen kann vielleicht machen wir das auch erst nach dem drachen vielleicht ist das nach dem drachen auch erst sinnvoller mehr schaden hilft hier auf jeden fall sehr ja ist das ein schatz kaufen ah ne das ist ein anderer fisch ähm hilfe öh so ok jetzt glaube ich wieder raus gab es hier ansonsten noch irgendwas anderes ich glaube da gab es noch relativ viel ne wollen wir mal knoblauchnudeln probieren also halt Nudeln in der Knoblauchsoße und da weiß ich nicht weiß ich da nicht ob man da lieber eine weiße Soße macht oder wie eine Art Knoblauchölbutter dran macht naja also normalerweise machst du halt eben Knoblauchölbutter Knoblauch in ja keine Ahnung Knoblauch in weißer Soße keine Ahnung das glaube ich auch aber das glaube ich ein bisschen ein bisschen seltsamer oh oh god also so ist es halt du kannst es mal probieren mit dem Dings mit dem äh mit der weißen Soße und da ein bisschen Knoblauch dran geht bestimmt auch ähm aber das ist halt das ist ja halt eben also Ölbutter ist ja Al Olio ne das das ist ja doch recht recht basic theoretisch sehr schön ähnlich wie diese wie diese Grillsoße für Steak falls du die kennst äh ich meine schon ja halt so ein Knoblauch Dip aber das ist jetzt doch nicht sowas was du dann zu Nudeln essen würdest normalerweise kannst du mal probieren ey mehr Schuppen oh hier sind viele Schuppen drin oi so wo ist der Big Boy Karpfen ja nur sowas als Soße halt statt Knoblauch Öl wie gesagt ein Versuch ist wert in seine Höhle ja wahrscheinlich hallo kleiner Karpfen du siehst mich nicht ich bin unsichtbar für deine kleinen Karpfen Augen das ist der kleinste Fisch in diesem Teich das ist der kleinste Fisch in diesem Teich äh 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 he 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 er war recht nah das war keine gute Idee aah Schwimm Ha, nicht erwischt. Karpfen ist irgendwie traurig. Bye Karpfen. Mach's gut. Oh Gott. Ich geh ja schon weg. Schon sehr creepy. Muss man sagen. Ups. Aber das haben wir erfolgreich geschafft. Ups. Das war der legendäre Le Fiché. Was? Was zur Hölle? Ah, so. Ah, okay. Perfekt. Hier nach oben gekommen. Schon mal gar nicht so schlecht, was hier abgeht. Die Typen jetzt hier überall. Ups. Seht euch. Ihr Gruseltypen. Das Schöne ist, ihr habt alle Geld. Sagt ihr Le Fiché, oh Schokolavas? Nein. Leider nicht. Leider noch nie gehört. Das war eine ordentliche Menge Geld. Sehr schön. Oh, ein Kürbisarm. Ah, damit bekommen wir dann die 10 voll. Nice. Und das kann man aufmachen. Sehr schön. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir dort nach drüben? Wie war das noch? Ich will hier bloß was suchen, meine Güte. Das hat doch nicht gleich immer so aggro. Das ist ja furchtbar mit euch. Au. Okay. Da nach drüben kam man von dort drinnen. Nicht von hier aus. Ach, vielleicht von unten? Durchs Wasser? Okay. Da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Vielleicht dort durchs Wasser. Aber jetzt können wir ja den Karpfen füttern. Was gibt es hier nochmal? Hübsches Gebiet auf jeden Fall. Nur ein Mibu-Ballon. Diesen Fall mit ihrer Rückfüllung, also die Mibu-Alons der Seelen, finde ich jetzt... Also ja, es ist ganz nett, dass du das schneller wieder zurückbekommst, die Wiederbelebungsenergie. Aber ansonsten sind die halt doch irgendwie sehr uninteressant. Der Witz daran ist, dass die Dinge in Französisch sehr, sehr lecker und edel klingen sollen. Dann ist der Bruch damit. Dann halt, dass die Fisch mit Schokoladensauce ist. Okay. Ich wusste, dass es irgendwas in Schokolade ist, aber keine Ahnung was. Ich meine... Es ist... Es ist halt immer so die Frage, wie das jetzt klingt, was man damit dann direkt im Kopf hat. Immer... Immer schwierig. Nur klingt schon ziemlich widerlich. Wir können hier erstmal den ganzen anderen Kram machen. Wir können zum Beispiel der Lady Bescheid sagen, dass die Tür offen ist. Ist die da gerade noch gestanden? Wenn ja, warum? Au. Das war nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Jihihi. Weil hier kommt man nicht rum. Das müssen wir noch einen Schatz kaufen. Vielleicht von hier irgendwo. Die Hunde sehen mich noch. Okay. Sehr schön. Dann haben wir auch den. Also noch ein Video, von wo ein Fisch mit Schokolade übergossen wird. Wenn dazu klassische französische Akkordeonmusik läuft. Okay. Ich meine, es gibt widerliche Gerichte in allen Kulturen, ne? Und wenn es als große Delikatesse zählt, sollen sie sie gerne behalten. Aber ja, wie gesagt, wenn es was Besonderes dort ist. Warum nicht? Kann sich ja auch nirgendwo hochgrappeln. Ah, da war irgendwas. Da war irgendwas. Waren wir in dem Haus schon drin? Nein. Gehen wir da schnell rein. Oh, Grabwachsklumpen. Können wir eventuell gebrauchen. Ah, und das ist die Karpfenhöhle. Okay. Was ist denn dort unten? Achso, gar nichts. Wahrscheinlich bloß die beiden Typen. Die beiden Typen haben dann auch nichts mehr Besonderes bei sich. Oder geht es hier nochmal irgendwo rein? Durch eine Höhle. Nice. Das ist ja der Witz. Das soll nach einer Delikatesse klingen. Ist aber in allen Kulturen einfach nur widerlich. Okay. Also ein sehr toller Internet-Gag. Kann man so auftauchen? Ja, so kann man auftauchen. Okay. Ist ein bisschen angenehmer, als immer wieder A zu drücken. Ein waschechter Schenkelschopf. Das sind dann so die Momente, wo ich das Internet nicht ganz verstehe. So. Aha. Toll. Großartig. Habt ihr... Habt ihr klasse gemacht. Wo respawnt der dann? Hier oder bei den anderen Fischen? Scheinbar gar nicht mehr. Hallo? Fisch? 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 Wenn du jetzt nicht sofort auftauchst, dann überziehe ich dich mit Schokoladensauce. Bam. Dankeschön. Hat er Angst davor. Ich konnte nicht mal aussprechen. Okay. Wie gesagt, um die zwei anderen Typen kümmern wir uns später. Oh. Rote Blumen. Und hier ist dann noch ein bisschen was. Okay. Ein bisschen Geld, ein bisschen Materialien. Perfekt. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie man zu unserem Karpfenfreund kommt. Das ist zwei Kopflose. Ja. Aber so gesehen, bloß eine davon ist der Boss. Und mehr Konfetti. Können wir das Konfetti benutzen? Ich glaube, man kann Konfetti unter Wasser benutzen, oder? Keine Ahnung. Aber ja, es sind leider zwei Kopflose. Wir können die Gebetsperlen benutzen. Mh, ja. Das ist sehr gut. Sehr schön. Roberts Vater kam von weit her über die See nach Japan. Er strebte nach der Macht der Unsterblichkeit. 1.000 Klingen abzuwehren. Bei ein geringer Preis für den Segen der Verjüngung. Hm. Sehr gut. Ähm. Wir können das, äh, das Lazuli von dem, von dem anderen Typen holen. Dann bin ich mir aber nicht mehr 100% sicher, wie wir dann... Ach, ich wollte noch mit der Lady reden. Richtig. Verdammt. Deswegen bin ich ja eigentlich ungepaddelt. Ach, gib mir schon, wenn ihr... So, gib mir das. Oh, man kann... Ah, man kann zwei davon kaufen. Nice. Na, das nehme ich. Ihr da, wenn ihr jemand anderen in einem Gefäß wie meinem trefft, dann hört ja nicht auf ihn. Er ist eine Schande unseres Clans. Ein verräterischer Bösewicht, der den großen Karpfen zu seinem eigenen Vorteil töten wollte. Hm. Ich habe fast alle meine Schuppen zurück. Und das verdanke ich nur euch. Jetzt muss er für sein Verbrechen bezahlen. Aber Schuppen sind unbezahlbar. Fast als wäre ich ebenfalls unbezahlbar. Hm. Hm. Ihr da, ihr habt bisher ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich spüre, dass ich mich auf euch verlassen kann. Darf ich euch meine Geschichte erzählen? Oder vielmehr mein Geheimnis? Ja, sicher. Wundervoll. Wirklich bemerkenswert. Also, das Geheimnis, von dem ich sprach. Ich möchte, dass ihr den großen Karpfen diesen Köder hier überreicht. Und lasst euch, wenn möglich, nicht dabei beobachten. Geht heimlich vor. Sehr kostbarer Köder. Wenn Haare aus einem Köder wachsen, ist er etwas Besonderes. Besonders widerlich. Der Adelige im Gefäß im Palast der Urquelle ist davon besessen, mit dem Meister eins zu werden. Gibt diesen Köder dem Herrn, dem großen Karpfen. Biet ihn aufrecht, aber leise an. Es darf niemand wissen. Tut es. Und ich betraue euch mit dem geheimen Schatz des Palastes. Da seid ihr ja wieder. Seid vorsichtig mit dem Köder. Bringt ihn zum großen Karpfen. Und denkt daran. Geht so unauffällig wie möglich vor. Tut es. Und ich betraue euch mit dem geheimen Schatz des Palastes. Schon wieder Haare im Köder. Gar keinen Bock. Da seid ihr. Tut. Da seid ihr ja wieder. Leise. Dann der andere. Glaubt ihr, wenn dir Le Fisch au Chocolat schon nicht so lustig vorkommt, dann wäre ich lieber nicht Le Fisch au Lava. Das ist halt einfach, das Dumme daran ist halt einfach bloß, ha ha französisch, ha ha. Gibt mir jetzt nicht so viel. Muss ich sagen. Keine Ahnung. Bei dem Meme setze ich dann mal aus. Das war übrigens der falsche Teleporter. Ah, wir haben noch einen Kürbissamen. Der ist zwar nicht mega wichtig für den Drachengott. Aber ist schon ganz nett, den dann einzusetzen. So, und hier bekämen wir jetzt den anderen Kürner. Ja, aber die Franzosen lacht das Internet irgendwie gerne. Es ist halt vor allem, wie gesagt, es ist halt nicht mal irgendwas Lustiges oder so. Es ist halt einfach bloß, ja, die französische Sprache. Habt ihr mir schon gedacht? Wenn ihr welche wart? Ja, wir haben jetzt halt nichts mehr. Können uns das göttliche Gras kaufen. Okay, also wir müssen noch mehr Sachen von ihm kaufen. Damit wir das machen können. Glaube ich. Von dem anderen haben wir jetzt theoretisch genügend Schuppen. Ich glaube, ich hatte letztes Mal den im Palast. Könnte ja dann theoretisch dieses Mal mal den dann benutzen. Nice. Können wir uns die Flasche kaufen. Was hast du sonst noch? Die Flasche und das göttliche Gras. Ja, das Maskenfragment. Steck ich in den Pokéball, dann wird vielleicht Kabador. Ihr duftet nach dem Reich der Götter. Und ihr wart so freundlich zu mir. Sehr gut. Ihr sollt nun dies hier haben. Sehr kostbarer Köder. Oh. Welcher ist jetzt welcher? Ups. Der Hirata-Adlige im Gefäß ist davon besessen, ein Meister zu werden. Durch die Schuppen des Karpfens kommt man dem eigenen Dasein als Karpfen näher. Ich gewähre dir meinen Schatz. Bringt es zum großen Karpfen im Reich der Götter. Dann werde ich endlich ein Karpfen sein. Und ihr erhaltet meinen geheimen Schatz. Hm. Ihr habt noch meinen Köder, oder? Bringt ihn zum großen Karpfen im Reich der Götter. Tut es. Ich warte. Ich warte. Warte. Ich bin es gewohnt, hier zu wachen. Hehehe. Hehehe. Okay. Bringt daran, wie ich mache. Ja, 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 ja. Ich meine, wir hatten das letzte Mal das. Also es ist halt ungefähr, oder es ist halt grundlegend die Sache, der eine will eins mit dem Karpfen werden und der andere will der Karpfen werden. Das ist so grundlegend die Sache hierbei. Und ich meine, wir hatten letztes Mal den Adeligen aus dem Reich der Götter. Können wir jetzt mal den da nehmen, falls wir die Köder auseinanderbringen können. Denkt dran, der wartet. Bin lieber ein Krampf. Sei der Karpfen. Sei der Karpfen. Äh, gut. Wollte ich jetzt nochmal was machen? Der Kürbissamen auf jeden Fall. Und dann... Können wir dort weitermachen. Es gibt so viel Kleinkram, den man machen muss. Für Kuma. Was zur Hölle? Ach, schön. Nein, nicht rasten, reisen. Ach, jedes Mal. So. Jetzt aber. Wie gesagt, dann holen wir uns noch die Fläschchen. Ich werde dann eher ein Krapfen. Hm, Krapfen sind schon nicht schlecht. Oh, werter Wolf. Gut, dass ihr hier seid. Sehr schön. Wunderbar. Wohl. Zehn Fläschchen. Hm, wir haben draußen die 1800. Das ist ein bisschen viel Geld. Hm, dieser Tempel. Oh, uns fehlt das Knallquecksilber. Ha. Ups. Keine Ahnung, wo man das mehr findet. Den Wurfstern können wir uns machen. Fügt Vitalität und Haltung abwehrender Feinde starken Schaden zu. Oh, okay, krass. Klingen wir dann auch nicht beim Durchdringen von Feinden langsamer. Das klingt sehr heftig. Das Flammerrohr ist aber auf jeden Fall auch interessant. Können wir uns den goldenen Strudel kaufen? Da brauchen wir verdammt viel Knallquecksilber. Und noch mehr Lapislazuli. Oh, den hätten wir uns gar nicht Ups. Gar nicht kaufen müssen. Wir hätten bloß den den Schirm kaufen müssen für das Feuer. Also das Feuer tatsächlich äh Schäsch sogar Scheinung mit seinen lila Feuersbrunst. Okay. Leidt man das dann besonders viel Schaden gegen Erscheinungen? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, dass es Lapislazuli außerhalb von Minecraft gibt. Das ist ein ganz normales äh ganz normales Ding. Ne? Ganz normales farbiges Erz. Also es ist keine wenn ich das richtig weiß keine Erfindung von Minecraft. Sondern die haben es einfach nur übernommen. Wenn ich das so richtig weiß. Dann gibt es ein Real Life. Genau. Seid bald. Jetzt bin ich ganz normal nie begegnet. Ja, es ist da muss man auch sagen. Es ist natürlich keine Sache so. Oh, ich nehme heute mal mein Lapislazuli mit. Das ist das ist schon richtig. Eher nichts, was man so normalerweise tut. Mein Vorteil, ich arbeite mit Stein. Ja gut, da kennt man sich dann schon eher aus. Das ist richtig. Schatz, vergiss ja dein Lapislazuli nicht. Oh, sie ist schon sie ist schon hier. Ja, sie hat ganze Arbeit geleistet. ihr, ihr Bester, ihr habt ihn die ganze Zeit getäuscht. Edelmut, Ewigkeit, Lügen, um ihn zu täuschen. Gebt ihn wieder her. Vater, mein Vater, gebt ihn her. Okay. Crazy stuff, der hier passiert. Wie gesagt, praktisch. Da müssen wir uns nicht mit den Typen anlegen. Habe ich jetzt kein großes Problem mit. Diese Lümmel, wie können sie nur. Hier kommen wir doch aber jetzt schon zum... Oh Gott, ja, zum Drachen. Hierin lang? Oh, hi. Oh Gott. Was hast du vor? Ja. Wir spielen jetzt keinen Ball. Okay. Guter Kampf. War fast anstrengend. Ich habe es fast nicht geschafft, so häufig... So häufig die R-Taste zu drücken. Engage in Gameplay. Au. Wenn ihr das... Lassen könntet. Scheinbar nicht, ha? Oh, what? Eigentlich ist es halt gleichzeitig machen, ne? Ich habe es vor allem diesmal versucht, sogar zu blocken. Keine Chance. Was zur Hölle? Gut, ich meine, deswegen haben wir... Huch. Okay. Äh, deswegen haben wir... Das Geld ausgegeben. Aber ärgerlich ist es jetzt natürlich trotzdem. Der Anstieg von der Schwierigkeit... Schwierigkeitsgrab zwischen den Gegnern war ja schon ein bisschen cheap. Naja, ich meine... Die eine, die wir gerade eben einfach komplett wegspammen, die... Die würde mich halt one-hitten, wenn ich sie nicht direkt angreifen würde. Ist mehr so eine Sache von wegen... Okay, ich... Ich greife sie eben halt eben gescheit an und deswegen... What? Ich habe den... Ich habe den doch gekontert. Jetzt! Also. Okay. Sehr gut. Und du nochmal. Elektro ist sehr effektiv gegen Stahl. Na, also. Der Wolf ist Stahl? Hm. Ich meine, er hat eine Klinge. Wenigstens teilweise Stahl. Okay. Wunderbar. So, damit wären wir beim Drachen. Nerven aus Stahl. Die hat er auf jeden Fall. Hat er das letzte Mal Stahl und nicht. Ja, wie gesagt, passt. Passt schon richtig gut. Okay. So, wie gesagt, hier kommen wir zum Drachen. Aber wie zur Hölle... Komme ich zu dem Fischfütterteich? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ist der Wolf Chuck Norris? Da wäre schon alles tot, ja. Ja, so mächtig ist er dann leider nicht. Aber er ist nah dran. Es gab irgendwie einen besonderen Weg, dass du halt eben nicht einfach hier rüber latsch. Ich kann mich da leider doch nicht mehr dran erinnern. Nein, 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 nein. Ich suche hier nur einen Weg. Hallo. Schluss damit. Lass mich. Lass mich. Ich, der Morse. Ich bin ich... Ich bin... Ich, der immer noch. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Epic Rap Battles of History, Chuck Norris gegen Giga-Chat. Ging das von dem Karfenbecken irgendwo rein? Wie ist es denn möglich, dass ich das aber nicht mehr finde, diesen Eingang dort? Können Sie sich einfach an der Brücke entlang grappeln? Guten Tag. Wollen Sie mir hochhelfen? Nein? Okay. Tragisch. Guten Tag. Da wäre ein Grappel-Punkt, aber den erreiche ich halt eben nicht. Von dort hinten sieht man dann nicht, wie es da reingeht. Du hast angefangen. Ja, ist richtig. Gibt es hier irgendwo eine Höhle? Nee. 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 Ich habe nicht im Kopf, dass es so kompliziert war, da hinzukommen. Also war es auch nicht. Ich bin bloß gerade eben zu doof dafür. Ihr beiden seid mir immer noch egal. Ne, aber da kommen wir jetzt schon zum Wasserfall. Wo ist die Karpfenhöhle? Das ist nochmal ein Schatzkarpfen. Sogar nochmal zwei. Frage ist nur, ob mir die noch so viel bringen. Weil ich ja eigentlich... Oh, Hilfe. Eigentlich beide schon ausgekauft habe. Die Maskenfragmente sind jetzt ja auch nicht so wichtig, ne? Okay. Als ob du da nochmal drüber schwimmen konntest. Das ist Karpfen. Das ist teilweise auch so lächerlich, wie schnell die dich sehen. Okay, danke. Na also. Hat er mal ein Teach-Bot. Oh Gott. No! Das ist so dumm, dass er einfach dort steht. Das ist genau dafür, dass wenn du dort hochgehst, ich hätte einfach sofort untertauchen sollen. Oh, Mann. Hey, göttliche Hilfe. Das sind mich etwas an die schnellen Viecher beim Tauchen in der Himmel-Crossing. Ja, richtig. Sehr, sehr ähnlich, wie das funktioniert. Ist dort hinten ne Höhle? Von hier aus kommst du ja nicht rüber. War das... Oh, war das über die Dächer? Nee, vielleicht auch nicht. Nee, auch über die Dächer war es nicht. Wie kam denn überhaupt auf die Dächer? Von dort hinten? Von der Höhle aus vielleicht? Ja, ja, okay. Das geht. Das ist nur gruselig. Ja, in dem Bauen kannst du dich auch nicht grappeln. Oh Gott. Das war etwas viel Schaden. Hätte ich da dann rüberspringen müssen? Nee, ist doch Blödsinn, oder? Das ist nur gruselig. Au! Das ist ein dummer Laser. Nee, also ich finde es nicht mehr, muss ich sagen. Kann mir jemand schnell sagen, wie man da hochkommt? Weil ich habe keine Ahnung. Weil wir sind dort oben beim Drachen. Du kommst nicht vom Drachen dort nochmal hoch, oder? Gibt es da irgendwie einen geheimen Weg? Gibt es da irgendwie einen geheimen Weg? Weiß irgendjemand Bescheid? War es nicht von hinten? Ich dachte, aber ich wüsste gerade nicht, wo. Das ist halt eben das. Das ist dort hinten, hinter dem Fischteich, ne? Oder hinter der Fischhöhle. Aber auch da habe ich nichts gesehen. In dem Gate, wo du die Adeligen getötet hast. Nein, das war das Falsche. Oder wo die Adeligen getötet werden. Ja, 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 genau, genau. Das ist gerade auch nicht. Das ist so seltsam. Aber wo dort? Irgendwo so ein Weg am Rand entlang. Das ist so seltsam, ne? Das ist mir gerade entfallen. Das hier ist die Karpfenhöhle. Da müsste es ja hier irgendwo entlang gehen. Ne, eigentlich dort rüber. Oh, über dem? Ne. Auf dem Dach davon. Wie kann das so schwer zu finden sein? Das ist die Frage. Ohne Seilkäfer ist mir das so suspekt. Was sind wir hier auf dem... Oh! Ich dachte mir schon, dass der Baum seltsam aussieht. Und jetzt hier rüber. Okay. Du kannst es einfach bloß nicht von da drüben machen. Du musst über das Dach und dann. Okay. Das war... Das war mein Fehler. Jetzt haben wir es gefunden. Endlich! So wie hier drüben. So wie hier drüben. Dummen Karpfen. Unfassbar. So. Jetzt können wir hier den ganzen Kram mit dem Karpfen noch machen. Das ist nichts. Okay. Vielleicht ist bloß nicht komplett runterfallen. Sofern wir die Statue des Buildtowers noch nicht haben. Jetzt ein bisschen unangenehm. Vielleicht hätten wir uns die zuerst holen sollen. Machen wir mal. So war das. Meine Güte. Erst anfüttern, dass er kommt und dann fangen. Halt. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. So. Jetzt aber. Hi. Na dann machen wir das. Der Herr muss ihn füttern. Die Glocke muss geläutet werden. Klingling. Da kommt er an. Braver Fischi. Äh. Wertvollen Köder benutzen. Füttern wir erstmal ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, was es gibt. Diese wertvollen Köder. Nom, 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 nom. Wie viel davon haben wir? Ah. Bye. War mit dem Füttern gar nicht so falsch. Er ist richtig. Er wird sich freuen. Glücklich. Glücklich. Er wird belohnt werden. Hey. Hey. Ah, okay. Vier Stück. Nice. Vier Stück sind gut. Will ich noch irgendwas von den Adligen haben? Der eine hat noch Gras, der andere hat dieses Maskenfragment. Wo war das andere Maskenfragment? Das weiß ich gar nicht mehr. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, du hast das Maskenfragment, nicht wahr? Der andere hat die Flasche und das Gras. Und noch irgendwas? Hat jeweils einer Maskenfragmente? Oh, für zwölf. Gras. Okay. Zwölf ist ein bisschen viel. Zwölf ist ein bisschen mehr, als ich gerade habe. Brauchst du das? Äh, nö. Ich meine nicht. Wenn, dann können wir eh, wenn wir eh schon einen von beiden opfern, können wir tierisch noch gucken, was die haben. Ich würde jetzt eh den anderen nehmen. Ich meine, ich glaube zumindest nicht, dass man es braucht für irgendwas. Äh, ich meine, das war dann, du kannst dann Level ausgeben für, für mehr Angriffskraft. Wenn ich das richtig weiß. Irgendwie, ich glaube vier Level oder sowas für, für eine Angriffsstärke. Wenn du die Maske komplett hast. Wir hatten die Maske das letzte Mal mal komplettiert. Ich kann hier noch schnell rüber gehen. Tatsächlich, jeder von denen hat ein Maskenfragment. Interessant. Sehr interessant. Die kostet aber nur sieben. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht zwingend notwendig, ne. Da wir es ja eh schon haben. Äh, okay. Dann füttern wir den, diesmal den Hirata-Adligen, denke ich. Verfüttern wir den. Kann ich das? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kann das. Äh, Futterstelle. Sehr schön. Weiß ich nämlich auch gar nicht, was da genau passiert. Herr, nicht fett werden. Alles in Maßen. In Maßen. Ja, keine Sorge. Vor allem, zehn Meter große Karpfen. Soll ja nicht fett werden. Sehr, äh, kostbar. Oh. Welcher ist es welcher? Kann ich das so einsehen? Wichtige Objekte? Es ist schön, dass es hier nicht dran steht. Aber warum steht da nicht Hirata-Adlige oder Palast-Adliger? Warum stehen dort deren Namen? Und, wie gesagt, kann man die Namen einsehen? Weißt du was? Probier uns einfach. Der Hirata-Adlige ist wahrscheinlich der obere. Probier uns jetzt nochmal hin und her teleportieren. Ja. Hui. Nom, 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 nom. Und weg ist er. Herr, nicht alle... Okay. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, ob das richtig war. Ansonsten haben wir halt eben dasselbe nochmal gemacht wie davor. Jetzt müssen wir nochmal zu ihm gehen, ne? Und dann sollte das passen. Ich glaube schon. Gucken wir mal. Aha. Hat also doch funktioniert. Äh. Nein. Jetzt hat er den Shop von dem anderen. Ah. So ist das. Ah. Und mehr Lapis Lazuli. Nice. Jetzt haben wir drei Stück. Ich meine... Also die Maskenfragmente kann ich mir halt echt nicht mehr viel kaufen, ne? Okay. Was ist jetzt mit dem Großen? Ist der Große Karpfen jetzt tot? Die sind Hunde am anderen... Am anderen Flussufer. Ja, okay. Okay. Weil ansonsten ist es ja so, dass er... Ähm... Dass er theoretisch noch existiert, ne? Dass man dann mit dem anderen den Shop haben kann. Ich weiß nicht mehr 100% wie das Ganze funktioniert hat. Oh, wer beiden stirbt, der Karpfen. Aha. Ich dachte, es gäbe bloß bei einem von beiden. Wie ist es dann mit dem anderen? Der ist dann irgendwie beim... beim Wasserfall unterwegs? Ich weiß es gar nicht mehr. 100% Wie kann es sein, dass ich die Höhle nie finde? Das ist der andere Karpfen. Muss ich dann nochmal viel weiter hoch? Dieses Gebiet ist jedes Mal verwirrend. Da drüben, hm? Nö. Ach, das... Ne, ist das weiter hier drüben? Egal, welchen Köder du gibst. Der Karpfen stirbt. Der andere Adelige stirbt. Und der Welter wird zum Karpfen. Aha, okay. Also gibt es da gar nicht so viel... So viel Auswahlmöglichkeiten, die du da hast. Ähm... Ist doch eigentlich bei diesem Haus gewesen, ne? Ach, da unten ist die... Ach, die Höhle ist jetzt einfach bloß eingestürzt. Da ist die Höhle normalerweise, schätze ich mal. Müssen wir dann von hinten rein? Können wir dann nochmal rein? Oder ist es dann einfach bloß... weg? Aber bitte greift mich nicht an. Jetzt. Danke. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Viele Sachen, die ich... Die ich definitiv doch ein bisschen vergessen habe. Gerade was mit dem Karpfen los ist. Äh... So. Falsche Option. Heiligtum Palastgelände. Da können wir nochmal reinschauen. Ist da jetzt noch irgendwas drin? Ich weiß auf jeden Fall, dass da unten noch... Genau, da unten waren noch Items. Ist da jetzt echt einfach die Höhle dicht? Ne, die Höhle ist noch da. Wo ist diese Höhle? Hier? What? Hier drüben. Ich habe immer dort gesucht. Das ist nochmal weiter rechts. Okay. Ich bin... Ich bin so doof. Hoppla. Können wir jetzt die ganzen Items hier unten holen? Das hat viel länger gebraucht, als es eigentlich hätte sollen. Warte mal, Teach Rod. Knallquecksilber wäre mir lieber gewesen. Aber ich glaube, das geben die ganzen Gegner im... Okay, das war es dann auch schon. Im... Im brennenden Gebiet dann. Im brennenden Aschina. Okay. Ich dachte, der Karpfen ist dann irgendwo. Ja gut, ne. Er ist dann halt einfach nur weg. Okay. Na also. Haben wir das Geheimnis gelöst. Kommen wir jetzt, glaube ich, nochmal zu der Lady. Und sie... ...gibt uns dann irgendwas. Dass wir den Vater befreien können. Nö. Ah, nein, halt. Ich wollte nochmal zu einem anderen Adeligen. Ich meine, er hat uns... ...Lapislazuli gegeben. Weil du machst noch nichts, ne? Hell, hell, oh. He dead. Hell, hell, oh. Gibt es hier irgendwas? Nö. Da drüben war nochmal ein Item. Hi. Und weiter. Okay, ein schwerer Geldbeutel. Nichts weiter Aufregendes. Da ist nochmal was. Na gut. Das ist... Wenn man die ganzen Kopflosen erledigt hat, ist das jetzt nicht mehr so spannend. Muss ich sagen. Eher uninteressant. Man könnte hier oben noch drauf. Das können wir nochmal schnell machen. Dann haben wir das Gebiet, glaube ich, auch... ...ziemlich sauber abgeschlossen. Muss man echt von dort oben kommen, um da hinzugehen? Scheint so. Ah, da durfte ich nicht mehr. Ich glaube, da oben gibt es dann auch nichts mehr... ...da... ...nichts mehr Besonderes. Ja, hier komme ich nämlich... Gut, man käme dann halt eben damit auf dieses Dach hoch. War da noch irgendwas? Wenn wir eh schon da sind, dann gucken wir nochmal schnell dort rüber. Und... Ah! Dann sind wir, denke ich, für heute auch durch. Dann können wir das nächste Mal noch den Drachen machen. Und dann das Finale. Das passt dann schon sehr gut. So, jetzt wollte ich... ...zum anderen Adeligen. Der dürfte jetzt nicht happy sein. In dem Sinne, dass er tot ist. Aber er gibt uns da nichts mehr. Okay. Sehr unglücklich. Äh... ...ääh... 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 ...palastgelände. Dann gehen wir einmal noch darüber. Es ist so... ...so knifflig zu erreichen, dass da vielleicht irgendwas sein könnte. Aber sie macht nichts mehr. Muss man jetzt dem Vater nicht noch irgendwas geben? Das wäre beinahe schiefgegangen. So. 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 Ah... ...kauf und zöpfen! Hui! Das war auf jeden Fall verdammt knapp. Gibt's hier echt gar nichts. Wow. Warum auch immer dann dieser eine Greifpunkt da drüben ist, wenn hier wirklich überhaupt nichts ist. Ah, da kommt man auch nicht rein. Nö, okay. Schade drum. Keine Sequels für uns. Da darf man auch nicht rein. Hi. Okay. Ja, dann wäre bloß noch die Frage, was genau... Was genau hat man mit ihm nochmal gemacht? Aber vielleicht muss man dafür dann erst den Drachen töten? Wenn der Karpfen ja auch nicht mehr da ist. Oh, du musst mal den anderen dann mehr füttern. Ist es das? Du musst dann jeweils anderen nochmal weiter füttern und dann... Dann kannst du damit irgendwas tun. Damit du ihn dann... Ich glaube, der macht nichts mehr. Der steht nur da. Sicher? Ich dachte, ich meine mich eigentlich zu erinnern, dass man ihn noch irgendwie halt entzaubern kann von dem Karpfen. Ziemlich sicher. Okay. Na gut, dann. Dann passt das. Okay. Gut. Dann denke ich, sind wir heute auch durch. Ich war mir da überhaupt nicht mehr sicher, wie das genau war. Was man da jetzt genau tun musste. Vor allem, weil halt auch dieses Nichts... Nichts machen dran stand, ne? Ich dachte, es gibt noch irgendwas, was du ihm geben kannst oder so, damit er halt wieder zu Sinnen kommt. Weil das ja so die... die Questline von der... von der anderen Lady ist. Das zu tun. Gut. Gut. Okay. Dann, wie gesagt, machen wir vor heute Schluss. Und... das nächste Mal wird es dann ziemlich sicher zum Finale gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal einen Versuch kosten würde. Halt! Halt! Halt was? Halt! Halt! Ich halte. Ja. Oh Gott! Wie habt ihr mich da unten gesehen? Das war seltsam. Superintensive Hitbox. Du musst zu einem toten Karpfen gehen, etwas von ihm holen und ihm geben. Ah, okay. Das hatte ich eigentlich gedacht. Wo... Okay. Wo ist der tote Karpfen? Deswegen wollte ich eigentlich auch nochmal in die Dings. Ich dachte, der wäre in seine Höhle. Ist der hier drüben beim Wasserfall? Ah, also doch. Wo der Affe war, glaube ich. Oh. Ah, ist der dann dort? Können wir mal hin teleportieren? Das ist interessant. Oh ja! Der ist dann hier. Oh ja! Ich erinnere mich. Richtig. Mir war so, dass ich irgendwas von dem Karpfen holen konnte und ihn umgeben konnte. Aber manchmal, ne? Stimmt, weil der Wasserfall ja theoretisch direkt dorthin führt, ne? Und deswegen ist er dort dann hingepflotscht. Dankeschön. Dankeschön. Großer weißer Bartel. Ein wertvoller weißer Bartel vom großen bunten Karpfen. Großer Karpfen ist von Natur aus unsterblich. Aber wenn man ihn tötet, können seine Bartel gezupft werden. Der Klang beim Zupfen der Bartel ist Musik in den Ohren bestimmter Leute. Manche werden leicht zu hören, dass sie ihre Mission ein Ende findet. Andere freut, dass ihr Herzenswunsch in Erfüllung geht. So war das. Dankeschön. Dankeschön. Ich hatte das so genau, hatte ich irgendwie noch im Kopf. Aber ich hätte es nicht mehr zusammengebracht, wie das tatsächlich funktioniert hat. Es ist schon sehr krass, was bei diesem Affen alles oder was mit diesem Affen alles passiert. Und jetzt kann man es ihm geben und dann ist er theoretisch befreit von seinem von dem Zauber des Karpfen. Damit du das eben noch noch zusätzlich hast. Der Herr ist verstorben. Endlich. Endlich. Meine Pflicht hier ist getan. Ich bin dankbar. Hey, göttliches Gras. Okay. Ist jetzt nicht die Ultra-Belohnung. Aber es ist cool, es nochmal abzuschließen. Okay. Sehr schön. Na also, haben wir das auch fertig. Wie gesagt, ich dachte, er gibt nochmal was anderes. Ich dachte, er gibt irgendwie auch nochmal Lappes oder sowas. Das wäre cooler gewesen. Okay, das war's. Sehr, sehr interessant. Dass der Karpfen dann dort unten landet. Aber da musst du halt auch erstmal drauf kommen. Du suchst den Karpfen überall, aber wo zur Hölle sollst du rausfinden, dass er dann dort ist. Mit ihr können wir nichts mehr machen. Und ich glaube, bei ihm ist jetzt auch alles dicht. Letztes Mal teleportieren wir uns noch runter. Dann haben wir auch alles abgeschlossen. Und dann sind die anderen auch bloß noch. Oh. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hatte. Du hast so viel durchgemacht, Vater. Auch wenn wir dir keine Ewigkeit bieten können, werden meine Schwester und ich immer bei dir sein. Bitte, Vater. Roh dich jetzt aus. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals gesehen hatte. Okay. Jetzt ist es zu Ende. Okay, aber ihre Schwester. Das heißt, es sind zwei? Ich wusste gar nicht, dass es zwei verschiedene sind. Ich dachte, es wäre ein und dieselbe, muss ich sagen. Erklärt aber, glaube ich, warum die überall, überall denn auftaucht. Genau, weil die andere ist noch hier. Interessant. Sehr, sehr interessant. Okay. Okay. Damit haben wir es. Dankeschön nochmal für den Tipp mit dem Karpfen. Und wie gesagt, damit können wir es dann können wir es dann das nächste Mal zu Ende bringen. Karpfenfest ist auch sowas, was man glaube ich nicht zwingend nochmal machen muss. Okay. Perfekt. Können wir uns nochmal hoch zum Drachen teleportieren. Dann machen wir den Drachen. Mit dem Drachen machen wir dann die anderen beiden Typen, weil wir dann hoffentlich einfach mehr Schaden machen. Und dann brennende Sashina. Das ist die Idee. Das sollte, wie gesagt, eigentlich ziemlich gut funktionieren beim nächsten Mal. Da habe ich keine größeren Sorgen dafür. Passt. Okay. Sehr, sehr cool. Coole Sache. Wir haben viel gemacht. Wir haben viel erreicht. Vor allem viel kleinen Nebenkram erledigt. Lief eigentlich alles ganz gut. Es ist super cool, dass man von hier aus dann auch die Brücke die oder schon da drüben sieht und alles. Sehr, sehr, sehr weitläufig und super hübsch das Gebiet. Super, super hübsch gemacht. Und ja, nächstes Mal wird es dann zum großen Finale übergehen. Wird auch nochmal hart. Wird definitiv sehr, sehr hart, was da noch auf uns zukommt. Und generell das brennende Sashina ist gruselig. Und ja, ist schön dann. Mal sehen, ob ich noch so ein bisschen weiß, wie er funktioniert. Ich bin gespannt. Und ja, dann machen wir für heute Schluss. Wir hätten uns auch den Drachen nochmal machen können, aber da es jetzt eh schon etwas später war. Mit dem ganzen Karpfen rumgefriemel. Ist es jetzt vielleicht besser. Das dann das nächste Mal zu machen. Passt dann eh besser zum Ende rein. So. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Superschön immer wieder. Da so ein bisschen durchzugehen. Wie gesagt, das Reich der Götter ist anstrengend. Wegen diesen ganzen Adligen, die überall die Energie wegziehen. Ansonsten gibt es schon ein paar fiese Sachen drin. Es ist auch diese Kriegerfrauen, die zu zehnt einfach auf dich losgehen. Alles definitiv sehr gruselig. Aber ich denke, wir haben uns ganz gut durchgeschlagen. Wir sind durch die meisten Sachen ziemlich, ziemlich sauber durchgekommen. Und dann kommen wir das nächste Mal auch sauber zum Finale. Und ja, dann machen wir für heute dann auch den Stream zu Ende. Und dann wünsche ich euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, habt noch eine schöne Woche. Morgen definitiv einen schönen Donnerstag. Wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen ab 18 Uhr wieder zu mehr Monster on the Rise Sunbreak. Wo wir uns die nächste Event-Quest anschauen und definitiv auch unseren Rang noch ein bisschen weiter steigern. Sollte bald irgendwann dann mal eine Ankündigung kommen, wenn das nächste Title-Update kommt. Hieß ja Ende November. Das wird also schon ein bisschen, äh, bisschen eng langsam. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen was machen, damit wir gut dabei sind für das nächste Title-Update. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Glatzöl des Tages. Ähm, schwimmt über die heiligen Gewässer. Oh. Hoffentlich kommt kein Karpfen entgegen, kein Karpador. Gott, das ist super süß. Ich sehe schon, sie sind, äh, es ist eine gute Begleitung. Das Glatzöl des Tages. Das ist ultra knuffig. Sehr, sehr schön. Super süß. Zunächst mal, mögen eure Köder frei von Haaren sein. Ja, das wäre, wäre sehr zu empfehlen. Außer es schmeckt den Fischen ganz besonders, ne? Dann, äh, sollen sie natürlich sehr haarig sein. Es kommt, kommt immer drauf an, was du fangen willst, ne? Absolut. Aber ja, wie gesagt, macht's alle gut. Nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn's weitergeht. Mit den nächsten Streams. Und, äh, ja, wie gesagt, schöne Woche noch. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020